Der nächste Vortragende ist Thomas Maus. Er ist Experte für IT-Sicherheit. Er hat letztes Jahr bereits vorgestellt, woran er unter anderem arbeitet. Er beschäftigt sich seit zwei Jahren mit der elektronischen Gesundheitskarte. Er hat im Rahmen dessen festgestellt, dass die Sicherheitstechnologie hinter der Karte in katastrophalem Zustand ist. Und letztes Jahr eben über die technische Seite berichtet, wird dieses Jahr ein bisschen auch darüber hinausgehen, ein bisschen über die Konsequenzen für den Verbraucher berichten. Auf die Gesundheitskarte.de heißt es unter dem strahlenden Gesicht von Ulla Schmidt, und ich zitiere, die elektronische Gesundheitskarte ist ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Lebens- und Versorgungsqualität der Patientinnen und Patienten. Ob das wirklich stimmt, wird uns Thomas gleich erzählen können. Vielen Dank, Thomas. Danke für die Einführung. Herzlich willkommen. Freut mich, dass so viele sich für das Thema interessieren, denn das Thema hat es auch wirklich nötig. Ich komme gerade aus einem sehr interessanten Vortrag in Saal 2, wo ich gelernt habe, dass in den Niederlanden ganz ähnliche Probleme sind. Und da ist unter anderem vorgetragen worden, wie zwei Krankenhäuser gehackt wurden. Und eigentlich all die Dinge, von denen ich hier jetzt rede, schon mal real geworden sind. Ich muss mich auch gleich zu Anfang ein bisschen entschuldigen. Also einmal, der Vortrag kommt ein bisschen, sagen wir mal, trockener und nüchterner daher als letztes Jahr. Das hat den Hintergrund, das werdet ihr A noch besser verstehen, es gibt ein paar Messer an meinem Hals, da möchte ich nicht unnötig zucken. Der zweite Punkt ist, das habe ich auch im letzten Jahr festgestellt, der Vortrag wurde dann in Kreisen auch gelesen, die, sagen wir mal, unsere speziellen Witze nicht verstehen. Und deswegen sind die Vortragsfolien etwas nüchterner. Ich gebe ein bisschen was auf der Tonspur mit. Ja, und dann muss ich mich auch noch entschuldigen beim Veranstalter fürs letzte Jahr. Da hatte man mich ja in den Kontext schon elektronische Gesundheitskarte gestellt. Und ich habe gesagt, Leute, jetzt hängt das mal nicht so hoch auf. Und es ist ja nur ein Modellprojekt und die werden ja nicht alle so schräg drauf sein. Da muss ich mich also beim Veranstalter entschuldigen. Ich habe das falsch eingeschätzt. Ihr habt das richtig eingeschätzt. Ich versuche es dieses Jahr gut zu machen. Was werden wir machen? Wir schauen uns also erst mal an, wozu diese Gesundheitstelematik gut sein soll. Es soll also alles besser werden dadurch. Da haben wir aber irgendeine hässliche Störung drauf. Bin ich das mit dem? Nee, ich bin es nicht mit dem Mikrofon. So, dann schauen wir mal, ob das auch nur annähernd realistisch ist, was da erzählt wird. Schauen uns an, was man genauer untersuchen müsste. Es gibt schon ein paar Ergebnisse. Ich habe inzwischen viel mit Ärzten zu tun. Und die Ärzte werden immer mit diesem Out-Edem, also oder etwas Gleichwertiges, gequält. Das ist also ein bisschen ein kleiner Witz aus dieser Kultur. Und dann noch ein paar Prognosen. Und nach diesem Vortrag ist das dann, glaube ich, notwendig, eine gewisse Portion Antidepressiva. Aber da war ursprünglich mehr vorgesehen. Meine Korrekturleser haben mich da aber freundlicherweise eingefangen. Gut, da springen wir einfach mal drüber. Das ist mehr so die formale Einleitung. Ach ja doch, das ist vielleicht noch ganz witzig. Das war jetzt nicht witzig. Also was die Ulla Schmidt sagt, ich wollte noch einen fremder Rechner. Also was ganz witzig ist, die Bundesärztekammer hat mich inzwischen zum Chefkritiker ernannt. Nicht ganz freiwillig, aber ich nehme es mal als Ehrentitel. Und was wir Sicherheitsleute ja immer wissen, wenn wir plötzlich unter massiven Beschuss geraten und Leute böse mit uns sind, dann machen wir irgendwas gerade schrecklich richtig. Und dem Verlauf dieses Jahres nachzuurteilen, muss ich was richtig gemacht haben. Ja, jetzt schauen wir uns diese schöne neue Welt mal an. Also die Gesundheitstelematik wird eine nachhaltige Revolution im Gesundheitswesen, so unsere Bundesgesundheitsministerin. Da hat sie sicherlich recht. Allerdings habe ich andere Prognosen als sie. Die Gesundheitskarte wird immer pass pro toto verwendet. Eigentlich müssen wir uns nicht mit der Gesundheitskarte beschäftigen. Das ist von dem ganzen System mit hoher Wahrscheinlichkeit das sicherste. Sondern wir müssen uns mit der Gesundheitstelematik beschäftigen. Was unter anderem versprochen wird, ist mehr Qualität, Wirtschaftlichkeit und Transparenz. Sowie weniger Bürokratie. Eigentlich für alle Teilnehmer im Gesundheitswesen. Und das klingt ja super klasse. Und man will an dieser Stelle auch in einem Abwasch verschiedene Probleme im medizinischen Bereich, Fehlmedikationen, Fehlbehandlungen aus Informationsdefiziten heraus bekämpfen. Verwendet werden Smartcards, also richtige Signaturkarten an dieser Stelle. Die Karte wird und da kommt keiner raus. Die versicherten Daten und das Bild tragen. Na gut, das Bild, das ändert sich so im paar Wochen Abstand immer mal wieder, ob es drauf ist. Zweck ist, den versichersten Kartenmissbrauch, den es im Moment gibt, der also Usus ist, zu vermeiden. Und diese Stammdaten leichter zugänglich zu machen. Außerdem, auch da kommen wir nicht raus, ein E-Rezept. Das E-Rezept soll also einen Verordnungsmissbrauch verhindern. Und es soll, weil das sehr teuer ist, natürlich Medienbrüche verhindern. Also die Krankenkassen sagen, bis wir ein E-Rezept zur Abrechnung, also bis wir ein klassisches Rezept zur Abrechnung bei uns im Rechner drin haben, hat das siebenmal den Aggregatszustand von Papier zu elektronisch gewechselt. Und das ist natürlich sehr teuer, weil mit Fehlern verbunden und, 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 und. Ja, damit soll also viel Zeit und Geld gespart werden. Außerdem der Notfalldatensatz. Notfalldatensatz klingt ja klasse. Das heißt also, die Ärzte sollen die Blutgruppe zur Verfügung haben. Chronische Erkrankungen, Implantate, Allergien, Dauermedikationen und dergleichen Dinge mehr. Und schließlich eine Verträglichkeit- und Wechselwirkungsprüfung. Das heißt, es soll verhindert werden, dass ich zu einem Arzt gehe, der verschreibt mir was. Dann gehe ich eine Viertelstunde später zu einem Arzt in einer anderen Fachrichtung. Der verschreibt mir auch etwas. Und diese zwei Dinge kollidieren unglücklicherweise und meine Leber explodiert oder sowas. Das soll also automatisch verhindert werden und natürlich auch mit Allergien abgeglichen werden. Also das klingt ja alles sehr positiv. Der elektronische Arztbrief soll dafür sorgen, dass Informationen schneller bei dem anderen behandelnden Arzt sind. Das heißt, die Informationen sind aktueller. Die Leute arbeiten auf dem gleichen Stand. Die Abläufe werden schneller. Das soll dann irgendwann mal erweitert werden zu elektronischen Patientenakte. Da ist die gesamte Krankengeschichte drin. Für alle Ärzte synchron zugreifbar. Sämtliche Untersuchungsergebnisse werden keine Doppeluntersuchungen mehr gebraucht. An dieser Stelle muss man dann übrigens zwei Dinge sagen. A, es gibt sehr wohl hervorragende medizinische Gründe für Doppeluntersuchungen. Zum Beispiel zweite Meinung. Oder auch tatsächlich, es gibt ja gewisse Dinge, wo man nach einem Monat durchaus schon mal eine vergleichende Untersuchung machen kann. Und aus eventuellen Differenzen was lernen kann. Das ist der eine Punkt. Und der zweite spannende Punkt bei den Doppeluntersuchungen ist, das kostet die Versicherten und die Krankenkassen keinen Cent. Denn die Ärzte arbeiten alle aus einem Budget. Und wenn die einen Patienten hundertmal untersuchen, dann kostet das alles nur das Geld der Ärzte schafft. Die kriegen nämlich pro Untersuchung dann unterm Strich halt weniger. Aber die schaden an keiner Stelle der Versichertengemeinschaft. Das muss man sich immer so bewusst machen in dieser Diskussion. Und schließlich soll die E-Patientenakte der pharmazeutischen Forschung dienen. Der Anstoß, zumindest mal öffentlich, für diese ganze E-Patientengeschichte war der Lipo-Base-Skandal. Wo man eben diese seltenen Wechselwirkungen glaubt, wenn man auf alle Patientenakten Zugriff gehabt hätte, früher zu entdecken. Weil die sind halt in der pharmazeutischen Forschung, in der klinischen Forschung nicht entdeckt worden. Einfach weil die Datenbasis nicht groß genug war. Und ganz zuletzt soll es auch noch die Position der Patienten stärken. Die kommen jetzt an alle ihre Daten dran. Und haben auch volle Einsicht und volle Kontrolle. Und schließlich, und vor dem Hintergrund des Vortrags, den ich gerade eben gehört habe, ist das ganz, ganz wichtig, die Verbesserung der IT-Sicherheit im Gesundheitswesen. Und da sagt der Herr Schaar, unser oberster Datenschützer, auch heute gibt es schon elektronische Systeme im Gesundheitswesen. Aber die sind eben häufig nicht wirklich sicher. Teilweise noch nicht mal Passwortschutz oder Verschlüsselung auch nicht da. Und auch bei Papierkrankenakten ist also der Zugriff Fremder nicht ausgeschlossen. Und deswegen sieht er in der neuen Telematikstruktur eine Verbesserung, wenn die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Das hat er also in einem Interview bei facharzt.de gesagt. Das werden wir also sehr, sehr viel haben. Ich werde sehr viel solche Quellen zitieren. Und ehe das Aufstöhnen losgeht, es wird verschiedene Quellen geben, die sind in sehr kleiner Schrift. Die sind für euch gedacht, dass ihr es später mal im Kontext nachlesen könnt. Die wichtigen Punkte werde ich dann schon immer berichten. Also wir haben so etwas Tolles vor uns, darf ich so etwas kritisieren. Die wollen ja wirklich nur unser Bestes und auch wirklich vieles davon macht Sinn. Also wir haben Todesfälle durch Fehlmedikation. Wir haben Todesfälle oder Verstümmelungen durch falsche Behandlungen. Ich habe mich hier des Helmut Schmitz bedient und man möchte hinzufügen, und wer Visionen im Gesundheitswesen hat, der sollte schon zweimal zum Arzt gehen, weil die wissen ein bisschen was über das Gesundheitswesen. Man muss der Ausgewogenheit ja vorausschicken, jede neue Technik hat immer Chancen und Risiken. Und natürlich, wir Sicherheitsfutzis stehen im Verdacht, jede neue Technik kaputt zu reden, weil wir immer nur über die Risiken reden. Also mir sind die Chancen der neuen Technik schon bewusst, aber man muss auch eine anständige Kosten-Nutzen-Risikoabwägung machen. Und das ist letzten Endes der Job. Und das ist auch mehr als nur Technologiefolgenabschätzung. Weil ich muss mir auch überlegen, was kann schiefgehen und stimmt die Balance der Dinge in der gesamtgesellschaftlichen Sicht noch? Das Problem, was wir haben, ist, wir haben eigentlich kein System, über das wir reden können. Denn die Gesundheitstelematik ist dauernd im Wandel, das ist ein Moving Target, man weiß nie, über was man redet. Im Monatswechsel ändern sich da wesentliche Dinge. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt sozusagen mal top-down an, das heißt also von der Architektur, von den Systemanforderungen von der Architektur. Und das sind die Punkte, die wir bei diesem Realitäts-Check streiten werden. Eignung der Technologien. Kernelement oder als Kernelement immer herausgestellt wird die elektronische Gesundheitskarte. Das sind voraussichtlich E4-hochevaluierte Chipkarten. Sich mit einer E4-hochevaluierten Chipkarte anzulegen, ist durchaus schon die Kür. Und zwar nicht unbedingt eine, selbst wenn man ein ordentliches Labor im Hintergrund hat, wo man sich wahnsinnig viele Chancen ausrechnet. Das Problem ist aber, man kann auch E4-hochevaluierte Chipkarten so falsch einsetzen, dass sie wirkungslos sind. Das habe ich letztes Jahr bei der Sicherheitsanalyse erläutert, dass sowas auch real passiert. Die nächste ganz grundsätzliche Bedrohung, die ich mit jeder Form von Signaturkarten habe, ist natürlich, niemand garantiert mir, dass die Bildschirmsicht auf die Daten identisch ist mit der Chipkartensicht. Also wenn es jemand hinkriegt, auf dem Bildschirm was anderes darzustellen, als das, was durch die Chipkarte läuft, dann ist die Sicherheit futsch. Und schließlich werden die ja in der Regel per Pins freigeschaltet. Und da die Geräte häufig keine eigene Tastatur haben, bin ich also auf die Tastatur eines anderen Systems angewiesen. Und das ist kein sicherer Kanal. Also ich kenne jemanden, der hat das mal sehr passend auf den Punkt gebracht, kein IT-Sicherheitsexperte. An der Tankstelle, an so einer Point-of-Sail-Terminal, sollte der seine PIN eingeben, statt eben per Lastschrift das abgezogen zu bekommen, sollte er seine PIN eingeben und sagte im Brustton der Entrüstung, ich soll meine PIN in Ihr Gerät eingeben. Da muss man aber sagen, die Person hat von IT-Sicherheit weitaus mehr verstanden, als viele Leute, die sich IT-Sicherheitsexperte nennen. Das Ganze ist auch keine Theorie. Das ist schon mal passiert und es ist in diesem Land passiert und es ist ziemlich heftig schief gegangen. 2001 bot die Deutsche Post über ihre Tochter Sintrust die Software eTrust an. eTrust war BSI-zertifiziert. Gleichzeitig, also als sie das in ihrer Pressekonferenz vorstellten, etwa gleichzeitig haben Informatiker der Uni Bonn gezeigt, wie man die PIN abgreift und wie man dafür sorgt, dass der Anwender ein Dokument sieht, aber ein anderes signiert. Das ist real passiert. Das Pikante daran war, dass sie schon im Februar 2001 sowohl die Deutsche Post als auch die REC-TP als auch das BSI informiert haben, dass dieses Sicherheitsproblem besteht und als sie dann damit in der Pressekonferenz dieses System als elektronische Signaturlösung vorgestellt haben, haben die gesagt, naja Gott, wir können die Öffentlichkeit ja nicht im Irrglauben lassen, das wäre ein sicheres System. Deswegen haben die ihre Gegenpressekonferenz gemacht. Und natürlich hat man sie zuerst abgestraft und als sie es dann gewagt haben, in der Öffentlichkeit ihre Warnung zu wiederholen, nachdem man sie vorher ignoriert hat, hat man sie abgestraft. Die wurden also dann bei BSI-Veranstaltungen ausgeladen. Ich meine, das gibt es immer wieder mal, naja. Im Mai 2002 diskutierte man dann also über die Schließung von Seintrust. Seintrust wurde nur deswegen nicht geschlossen, weil die Schließung Schadensersatzforderungen an Kunden zur Folge gehabt hätten und die wären so saftig gewesen, dass die Deutsche Post sich entschlossen hat, Seintrust lieber defizitär fortzuführen. Wir sehen Seintrust nachher nochmal. Aber die kleine Lehre, die wir an dieser Stelle auch ziehen können, ist, dass das Ignorieren von Sicherheitswarnungen, wenn man versucht, an einem großen Rad zu drehen, richtig böse nach hinten losgehen kann und richtig teuer werden kann. Und man würde eigentlich hoffen, dass die Beteiligten das inzwischen gelernt haben. Schauen wir uns mal das Kapitel Kostenersparnis und Wirtschaftlichkeit an. Das ist das offizielle Mengengerüst, wie man es aus vielen Quellen entnehmen kann. Hier ist eine davon. Im Vollausbau werden also so viele Teilnehmer an dieser Gesundheitstelematik mitspielen in diesen Rollen. Es gibt den Auftrag von der Kassenbundesärztlichen Vereinigung für eine Kosten-Nutzen-Analyse. Die fehlt. Die fehlt übrigens immer noch. Habe ich jetzt auch kürzlich wieder eine Nachricht gehört. Aber sie sei wohl unterwegs. Es gibt auch keine Ausschreibung. Also gibt es keine Angebote. Wir kennen die Kosten nicht. Es ist ein großes Projekt. Es gibt also ohnehin wenige, die es tun können. Die Politik hat sich schon festgelegt. Man hat sich also einen prächtigen Bietermarkt geschaffen, auf dem natürlich die Technologieanbieter die Preise festlegen. Das ist also schon mal ganz schlecht eigentlich. Es ist nicht gerade geschickt. Der nächste Punkt sind die Einsparungen. Die geschätzten Einsparungen variieren wild. Aus dem Bundesgesundheitsministerium gibt es also eine Schätzung von einer Milliarde Euro, einem Giga Euro. Da habe ich aber überhaupt keine, ja keine das unterfütternden Studien zugesehen. Deswegen halte ich das jetzt wirklich nur für eine Schätzung. Es gibt von Roland Berger 1998 eine Studie und die wird auch 2004 noch von der Bitkom zitiert. Da geht man von 515 Millionen, nein 515 Milliarden, nein Millionen, pardon, ich komme selbst gerade durcheinander. 515 Millionen Euro Einsparungen pro Jahr aus. Und nach aktuelleren Schätzungen der KVen wird die Einsparung aber wahrscheinlich nur bei 200 Millionen Euro pro Jahr. Das ist das Einsparpotenzial. Jetzt schauen wir uns dem gegenüber mal die Kosten an. Und zwar machen wir mal so ein bisschen, also keine vollständig, aber ein bisschen Total Cost of Ownership. Zuerst mal schauen wir uns die Investitionskosten hier Praxis an. Wohlgemerkt nur die Erstinvestitionskosten. Das variiert recht stark. Es gibt jetzt aus Heilbronn, das ist ja einer der Modellversuche, der sehr weit fortgeschritten ist, gibt es eigentlich ziemlich belastbare Zahlen, weil die die meisten Beschaffungen ja schon hinter sich haben. Die kommen also so auf 6500 bis 7000 Euro. Wobei man natürlich sagen muss, in einem Modellprojekt nehmen ja wahrscheinlich eher technophile Ärzte teil, die also eher schon eine relativ gute Technikausstattung haben. Außerdem 745 Euro Betriebskosten pro Jahr und das sind nur die Betriebskosten und die Lizenzkosten für den Anschluss an die Gesundheitstelematik. Also die anderen laufenden Kosten der angeschafften IT sind da überhaupt nicht berücksichtigt. Deswegen schätzt die Landesärztekammer halt auch eher 10.000 Euro für die Erstinstallation und Betriebskosten. Also es wird teurer als diese 745 Euro. Wir sehen übrigens noch ein paar Punkte, an denen es definitiv teurer wird. Was man auch noch wissen muss ist, das war jetzt nur die Erstinvestition. Alle 5 Jahre haben wir eine Ersatzinvestition und die wird nicht billiger werden. Sämtliche Karten müssen nach 5 Jahren neu beschafft werden. Das ist die mittlere Lebensdauer für die Karten. Und die Hardware ist nach 5 Jahren wahrscheinlich auch austauschbedürftig. Das sind übrigens auch nicht Schätzungen von mir, sondern das steht so in den offiziellen Dokumenten drin. Jetzt rechnen wir mal mit diesen Mengengerüsten und der Kalkulationsvorlage der Bit4Hels Rahmenarchitektur. Die Quelle ist später noch genauer angegeben auf www.dimdi.de. Da ist also ein Excel-Sheet dabei und das ist die offizielle Kalkulationsvorlage. Und wenn man da das Mengengerüst der Bundesrepublik einsetzt, dann kommt man auf 2 Milliarden Euro Erstinvestitionen, 1,4 Milliarden Euro jährliche Betriebskosten. Hier witzigerweise auch auf die halbe Milliarde Euro Einsparpotenzial. Das kann niemals wirtschaftlich sein. Das ist einfach nicht möglich. Das wird sich niemals amortisieren. Frühestens ab 2 Milliarden Euro Einsparungen pro Jahr könnte sich diese Kalkulationsvorlage amortisieren. Aber ist die richtig? Es fehlen ein paar Sachen. Also augenscheinlich plant man, diese ganzen Rechner aufzustellen auf irgendwelchen alten Bundeswehrparkplätzen. Weil Gebäudekosten gibt es nicht. Es gibt keine Wartung für die Systeme. Es gibt keine Firewalls. Deswegen spart man sich ja auch sinnvollerweise die Kosten für die Firewall-Wartung. Hochverfügbarkeitsmaßnahmen sind nicht ausgewiesen. Einfach nur normale physische Absicherungen und Sicherheitspersonal für die RZ sind auch nicht ausgewiesen. Wahrscheinlich ist das nicht nötig, weil sich nach meinem Vortrag großzügige Sponsoren dafür finden. Dann ist in der Kalkulationsvorlage angesetzt 10 Euro pro Karte. Das Problem ist, dass die Kartenhersteller mit diesem Preis nicht konform gehen. Die sagen also, das kostet mal mindestens 15 bis 20 Euro pro Karte. Und zwar durchaus für die 80 Millionen. Also Skaleneffekt schon eingerechnet. Und wir haben ja den Modellversuch Trier. Und in dem Modellversuch Trier sind schon zwei Krankenhäuser ausgestattet worden. Für diese Krankenhäuser hat das Land Rheinland-Pfalz die 450.000 Euro gesponsert an Investitionskostenzuschuss. Insbesondere die internen Kosten, die die hatten, zum Beispiel in Form von Arbeitszeit, sind da noch nicht berücksichtigt. In der Kalkulationsvorlage, in der offiziellen, finden wir aber 140.000 Euro als Schätzwert für zwei Krankenhäuser. Es scheint da eine gewisse Tendenz zu geben, sich systematisch zu verschätzen. Also wenn man schätzt, hat man natürlich sehr geringe Chance, den richtigen Wert zu treffen. Aber man würde natürlich im Normalfall erwarten, dass wenn jemand sich Mühe gibt zu schätzen, dann liegt er halt in 50 Prozent der Fälle drüber und in 50 Prozent der Fälle drunter. Und wenn ich jetzt zehn Schätzungen sehe und die liegen alle drunter, dann frage ich mich, also man kann es ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist, als Zufallsereignis. So, wenn wir jetzt alleine nur diese beiden Korrekturen einrechnen, also nur die höheren Kosten bei den Krankenhäusern und nur die höheren Kosten bei der Schippkarte, dann kommen wir schon mal auf mindestens 3,2 Milliarden. Und da liege ich nicht so ganz falsch. Die Financial Times kommt auf 3,4 Milliarden. Der Bundesverband der privaten Krankenversicherung, die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung kommen auf mehr, also wenigstens 4 Milliarden. Und die Berliner Zeitung zitiert Experten mit 5 Milliarden und hat ein ausgesprochen schönes Zitat vom Dr. Braun, Siemens. Also, das ist eigentlich die Transparenz, die man liebt. Ich meine, früher hätten sich Leute so etwas still gedacht, aber nie getraut, so etwas öffentlich zu sagen. Da sieht man, die Transparenz in diesem Land macht Fortschritte. In der Industrie herrscht Goldgräberstimmung, sagte der Herr Braun. Wir wissen, wie das bei den Goldgräberstimmungen war. Da hat es immer jede Menge Opfer gegeben. Es wurden Claims rücksichtslos abgesteckt. Und Goldgräberstimmung kommt auch nur auf, wenn wirklich viel Geld im Spiel ist. Das lässt also einen eher schließen, dass die 5 Milliarden eher stimmen als die Schätzung des Bundesgesundheitsministeriums, die meines Wissens immer noch so bei, ich glaube, 1,6 Milliarden Euro. Wir werden gleich auch ein Erklärungsmodell finden, warum die zu so niedrigen Zahlen kommen. Ja, auf diesen Karten ist außerdem noch eine schlafende Signatur. Diese schlafende Signatur muss natürlich erst mal geweckt werden. Und man braucht die, wenn man irgendwelche höheren Funktionen der Gesundheitskarte nutzen will. Also insbesondere, wenn man seine viel zitierte Informationshoheit ausüben will und zum Beispiel Datensätze sperren will vor bestimmten Ärzten. Dann braucht man die. Naja, und unsere Sicherheit ist uns doch bestimmt was wert. Und wir können uns also, so ist wohl die Diskussion, entscheiden, zwischen 70 Cent je elektronischer Signatur als Einzeltarif oder großzügige Flatrate für 80 Euro im Jahr. Damit kann man auch Online-Banking machen. Das lohnt sich. Die Zahlen dazu. Also ich habe dazu Quellen. Ich habe sie nicht immer angegeben an den Stellen, wo ich denke, es ist breit genug bekannt, aber ich kann es raussuchen. Also das würde 6,4 Milliarden, wenn alle Bundesbürger das machen würden, würde das 6,4 Milliarden Euro pro Jahr heißen. Und natürlich, die Ärzte brauchen es zwingend. Und das zählt laut Bundesgesundheitsministerium nicht zu den Betriebskosten. Das ist das Privatvergnügen der Bürger. Die Frage war, ob der Arzt, wenn er die Akte einsehen will, 70 Cent zahlen muss. Das sind Dinge, die mir noch nicht so hundertprozentig transparent sind. Aber es sieht eher so aus, als ob er die Signatur natürlich anbringen muss, wenn er einen Eintrag in die Akte macht. Einträge muss er signieren. Und dafür braucht er das. Und für die Ärzte ist alles andere als eine Flatrate völlig indiskutabel, weil eine auch nur annähernd gut gehende Arztpraxis hat dann mal ohne weiteres 100 Patienten am Tag. Und da stellt sich die Diskussion ab dem zweiten Tag nicht mehr, ob man eine Flatrate braucht oder nicht. Gut, also hier unten sehen wir, die Postbank springt da schon auf den Zug auf. Was noch ganz interessant ist, auf der Karte sind drei schlafende Signaturen, damit so ein gewisser Markt noch existiert. Und einer der Signaturanbieter ist, ja wer? Sein Trust. Die haben ein paar Defizite aufzuholen, muss man fairerweise sagen. Und das hätte ich mich nie getraut zu sagen. Freundlicherweise hat das aber der Herr Rat für mich gesagt. Und ich brauche ihn hier nur zitieren. Ja. Man muss natürlich sehen, früher konnte man Industrieförderung aus Steuergeldern machen. Das ist inzwischen schwierig. Da muss man sich was anderes überlegen. Gut, jetzt könnte man ja sagen, vielleicht finden wir ja irgendwo noch gigantische Einsparpotenziale. Die könnten ja zum Beispiel im elektronischen Arztbrief oder in der E-Patientenakte liegen. Allerdings, die kommen nach neueren Auskünften, also so etwa seit Mitte des Jahres, erst 2012. Bis dahin ist aber eine komplette Ersatzinstallation abgelaufen. Also, wenn sich das Ding jetzt nicht rechnet, sondern frühestens mit der nächsten Ersatzinstallation, dann ist doch die einzige logische Schlussfolgerung, meiner Meinung nach, bleiben lassen. Bis alle Funktionen da sind und man überhaupt Einsparpotenzial realisieren könnte. Was ich übrigens ganz witzig finde, es gab verschiedene Modellprojekte, die hatten eine E-Patientenakte und die haben eigentlich alle gesagt, sie sind soweit. Und diese Verschiebung riecht irgendwie so nach Neuentwicklung. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist ja mein Ratschlag vom letzten Jahr auf fruchtbaren Boden gefallen. Gut, jetzt nehmen wir also mal an, man muss ja nicht immer so aufs Geld gucken. Das ist ja so eine Unart der heutigen Zeit, diese Geiz-is-geil-Mentalität und so. Also, jetzt gucken wir mal nicht aufs Geld. Vielleicht kostet die Gesundheitstelematik mehr, als man einsparen kann. Aber vielleicht ist es ja auch wert. Vielleicht bringt sie uns ja so große Vorteile, also so große Qualitätsverbesserungen in der Lebensqualität, in der medizinischen Versorgung, in der Sicherheit der Menschen, dass uns diese paar Milliarden Euro einfach wert sein sollte. Und das gucken wir uns jetzt mal an. E-Rezept. Der Herr Dr. Vandl von IBM hat also bei der Not-Badischen Ärzte-Initiative vorgetragen. Und da gab er an, dass diese Zahlen hier, diesen Zeitrahmen, wobei leider, die Ärzte sind halt keine Techniker. Also in der Mehrzahl. Es gibt verblüffend technikkompetente Ärzte, aber in der ganz großen Mehrzahl sind sie natürlich keine Techniker. Und es ist auch sehr interessant, Ärzte denken in der Mehrzahl wirklich anders. Nicht schlechter, denken anders. Die haben einen ganz anderen Zugang zur Welt. Einen Zugang, der für ihre Problemstellungen hervorragend geeignet ist. Der aber sozusagen mit der Art und Weise, wie wir an Technik herangehen und wie wir erwarten, dass Menschen an Technik herangehen, nicht wirklich gut harmoniert. Muss man fair sagen. Und deswegen haben die die kritischen Fragen nicht gestellt. Wir wissen also nicht, ob in diesen Zeiten schon das Signieren drin ist, ob Handhabung und PIN von der Patientenkarte drin ist. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen auch nicht, ob das je Rezept ist, je Position, ob Arzt und Patient anwesend sein müssen. Die Fragen sind alle nicht gestellt worden. Wir wissen aber von den Österreichern, die schon das Vergnügen einer E-Card-Erfahrung haben, dass hier Praxis mindestens 30 bis 60 Minuten pro Tag, also eine halbe bis eine Stunde zusätzlicher Zeitaufwand je Arzt kostet. Und die haben noch nicht mal ein E-Rezept, die machen darüber nur Abrechnung. Die machen weniger, als wir machen wollen. Und von der Medica, von der diesjährigen Medica, gab es also einen Bericht, wo 70 Sekunden pro Rezept mit drei Verordnungen angegeben wurden als Zeitrahmen. Ich gehe immer stark davon aus, dass das nicht sehr stark mit der Anzahl der Verordnungen variieren wird, sondern der Kernpunkt ist die Signierungen, ob ich da nur ein Kilobyte durchjage oder ein halbes oder zwei, das sollte praktisch keinen Unterschied machen. Jetzt stellt man sich einfach mal vor, also so für eine typische Praxis hat man 100 Rezepte pro Tag. Dann sind wir also schon mal lächelnd bei zwei Stunden Mehraufwand bloß für die Rezepte. Und stellen wir uns mal eine normale Landarztpraxis vor. Quartalsanfang, Montag, Grippewelle. Typische Zahlen sind 300 Rezepte am Vormittag. 300 Rezepte mal 70 Sekunden gibt sechs Stunden. Der Vormittag hat keine sechs Stunden. Unterwachte Schlangentheoretiker nennt man sowas einen Systemkollaps, wenn ich mich richtig erinnere. Die nächste Frage, die sich mit dem E-Rezept stellt, also man muss ja immer wissen, das E-Rezept dient dazu, die Medikamentensicherheit zu erhöhen. Jetzt kenne ich das von meinem Apotheker so, ich gehe mit meinem Papierrezept, was ich mir vorher angeguckt habe, wo ich weiß, was draufstehe, zum Apotheker, legt es dem auf den Tisch. Der nimmt das auf so ein kleines Tablett, geht hinten zu seinen Lagerschränken, sucht das Einzelne raus, kommt zurück und zählt mir das Einzelne vor. Und er und ich kontrollieren noch mal gemeinsam, ob ich alles gekriegt habe und ob ich das gekriegt habe, was ich kriegen sollte. Wie will er das mit einem E-Rezept machen? Ja, ausdrucken. Genau. Und wenn er es dann ausdruckt, was macht er dann am Ende mit dem Ausdruck? Der kommt in den Papierkorb, von dem wir ja wissen, dass er also das exzellente Datenschutzinstrument Nummer eins ist. Also ich mache schon ziemlich lange IT und ich habe das noch so gelernt, dass man, bevor man ein IT-System konzipiert, sich eigentlich erst mal mit der Fachseite, also mit den Leuten, die das Problem haben, den Problemspezialisten zusammensetzt und sich überlegt, wie eine Lösung aussieht, die deren Problem auch löst. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist eine Lösung, die noch ein bisschen auf der Suche nach ihren Problemen ist. Was ich mir auch sehr witzig vorstelle, ist die Rezepteinlösung im Ausland. Also ich schätze das immer sehr, wenn ich zum Beispiel, also ich brauche Gott sei Dank nicht viele Medikamente, aber Impfstoffe brauche ich gelegentlich mal. Und die hole ich mir dann häufig in Luxemburg oder in Frankreich, weil ich da in beiden Gegenden oft bin, stelle zu meinem ganz, ganz großen Erstaunen fest, dass die identischen Produkte von den identischen Herstellern mit dem identischen, also in Luxemburg mit dem identischen Beispackzettel, weil die auch deutschsprachig sind, zumindest teilweise, kostet da die Hälfte in der Regel zu etwa. Das geht jetzt nicht mehr. Das wird entscheidend zur Kostenersparnis im deutschen Gesundheitswesen beitragen, denn niemand kann die Dinger da draußen lesen. Es wird aber, das wird sich ändern, weil es wird ein Exportschlager wie das Mautsystem. Auch ganz witzig stelle ich mir vor die Rezepteinlösung. Ich meine, es soll in diesem Land alte Menschen geben. Ich habe mir sagen lassen, dass die Wahrscheinlichkeit dieser alten Menschen krank zu sein höher ist als die junger Menschen. Und wenn man krank ist, soll man vielleicht sowieso nicht bei nass, kaltem Wetter draußen rumlaufen. Es ist also nicht ganz unwahrscheinlich anzunehmen, dass viele Rezepte nicht durch den Kranken selbst eingelöst werden. Um ein Rezept einzulösen, ein E-Rezept, brauche ich aber die elektronische Gesundheitskarte des Patienten. Gut, also die gibt man jetzt irgendjemandem mit. Jetzt macht der Arzt, also es gibt nicht mehr viele Ärzte, die das machen, weil die können sich das einfach nicht mehr leisten, weil die Hausbesuche so schlecht bezahlt sind, dass sie dann besser einen Job als Putzkraft annehmen würden. Aber es gibt trotzdem Ärzte, die tun das. Also zum Beispiel bei meiner Großmutter ist die Ärztin durchaus noch vorbeigekommen, weil sie sagte, der Frau ist das nicht mehr zuzumuten. So, jetzt käme also mal die Hausärztin zwischendrin. Die könnte nicht abrechnen, die könnte im Übrigen auch nicht auf eine elektronische Patientenakte zugreifen, weil die elektronische Gesundheitskarte ja unterwegs ist, damit das Rezept abgeholt werden kann. Ähnliche Probleme hätten wir mit Pflegediensten, die, das ist zumindest angedacht, ja auch darüber abrechnen sollen. Oder im Notfall. Ja, jetzt hat der betreffende Kreislaufkollaps. Die betreuende Person ruft den Notarzt. Der Notarzt kommt und sagt, wo ist die elektronische Gesundheitskarte? Ich brauche meinen Notfalldatensatz. Tja, die ist unterwegs zur Apotheke. Schließlich Verringerungsmissbrauchspotenzial. Also ich habe das ja eben geschildert. Ich denke mal, 90 Prozent der Bevölkerung wären ohne weiteres in der Lage, das, was mit Papierrezepten passiert, selbst zu kontrollieren. Also zu sehen, ob sie alles kriegen, was da draufsteht, was da draufsteht. Die können die Aushändigung in der Apotheke kontrollieren. Ich frage mich, wie viel Prozent können das noch beim E-Rezept und wie viel Prozent werden es angesichts der Handhabungsaufwände beim E-Rezept noch tun und trägt das wirklich zur Verringerung der Missbrauchswahrscheinlichkeit bei. Die Rettung, also es gibt zwischendurch auch immer wieder ein bisschen Antidepressiva. Die Rettung ist, dass in der Bit4Hels Rahmenarchitektur vorgeschrieben ist, dass für jeden Vorgang ein nicht elektronisches Ersatzverfahren da sein muss und auf der Seite 25 steht auch, dass die Patienten eigentlich bei jedem Vorgang von einer Papierdokumentation begleitet werden müssen. Das heißt auch ganz klar, es gibt weiter das gute alte Papierrezept. Es kann gar nicht anders sein und ich habe das auch irgendwo schon mal in einer offiziellen Quelle gelesen. Es geht auch nicht anders, also sonst würde man sich nicht an diese Sicherheitsanforderungen halten. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir denn mit irgendwelchen Leuten, die dann zur Apotheke gehen und sagen, ach, ich lege dann nur noch das Papierrezept auf den Tisch. Einsparpotenzial futsch. So ein Ärger. Oder was machen wir mit Leuten, wo ein Rezept doppelt eingelöst wird. Die Rezepte gibt es ja jetzt zweimal. Die gibt es einmal elektronisch und die gibt es in Papier. Was machen wir denn jetzt, wenn beide eingelöst werden? Der Patient wird sagen, ich bin ein glühender E-Card-Verfechter. Ich habe dieses widerliche Papierrezept natürlich sofort in der Arztpraxis in den Abfalleimer geworfen. Ich habe keine Vorstellung, wie das zweimal eingelöst werden konnte. Also sagen wir mal, das E-Rezept kann nicht der Grund sein, warum man diese Mehrkosten in Kauf nimmt. Notfalldatensatz. Also ich meine, ich referiere jetzt hier natürlich zum Großteil für mich fachfremd. Ich habe da viel mit Ärzten gesprochen. Ich habe weite Teile des Vortrags auch schon vor mehreren Dutzend Ärzten gehalten. Da sagt keiner, hör auf, so einen Stuss zu reden, sondern ganz im Gegenteil, die füttern mich immer weiter mit Argumenten. Also es kann nicht ganz so falsch sein, aber ich wollte es mal so zur Sicherheit zwischendurch erwähnt haben. Die Ärzte haben ein großes Problem mit diesen Notfalldatensätzen. Und zwar sagen Ärzte grundsätzlich, ich habe lieber keine Dokumentation als eine lückenhafte. Eine lückenhafte Dokumentation ist viel gefährlicher als gar keine. Und mir sagen eben Notärzte dann, können wir uns auf diese Daten verlassen? Was passiert, wenn wir uns auf diese Daten verlassen? Und es erweist sich später, dass zum Beispiel der Patient was aus diesen Daten rausgenommen hat. Ein ganz großes Problem. Das Problem ist auch, wie weist der Arzt denn nach, der Notarzt, welche Notfalldaten zum Zeitpunkt seiner Notfallbehandlung auf der Karte waren. Ich meine, der gibt den Patienten im Krankenhaus ab. Die pflegen natürlich munter weiter an der Karte. Wie weist er denn nach, was er gesehen hat, um irgendwelchen Kunstfehlerprozessen begegnen zu können? Wenn da hinten nach drin steht, ja, der hat eine Allergie gegen das, was der Notarzt gespritzt hat. Wie weist der Notarzt nach, dass das noch nicht drauf stand? Das sind so spannende, kleine Rechtsfragen. Bei der Praktikabilität sagen mir die Notärzte, wir können nicht, egal was der Datenträger ist, wir können nicht aufwendig danach suchen. Das ist nicht möglich. Wenn wir einen Notfallpatienten vor uns haben, dann haben wir uns um den Patienten zu kümmern. Wir haben nicht zu suchen und wir haben uns auch nicht mit dem Computer zu beschäftigen. Unser Gesicht ist zum Patienten gerichtet und nirgendwo sonst hin. Kurze Frage. Ja? Bei dem ganzen Prozess bekommen diese Einträge keinen Zeitstempel? Weil sonst hätte der Eintrag ja bei der Signierung oder irgendwo drinnen einen Zeitstempel. Es gibt keinen Zeitstempel? Das kann ich noch nicht sicher sagen. Also inzwischen in den ersten Fassungen, die ich durchgelesen habe, habe ich noch keinen Zeitstempel-Dienst gefunden. Inzwischen ist einer drin. Also in 1.0 war noch keiner da. In 1.1 ist einer drin. Aber das sind einfach Fragen, die geklärt werden müssen und zwar zuverlässig geklärt werden müssen. Dann ist die Frage, was macht denn der Notarzt, wenn er keine oder wenn er zwei elektronische Gesundheitskarten findet? Also die nette ältere Nachbarin geht halt für ihre nette ältere Nachbarin, die krank ist, das Rezept einlösen. Die hat natürlich zwei dabei. Es wogt immer noch die Diskussion, ob jetzt ein Bild auf die Karte kommt. Jetzt findet der glückliche Notarzt zwei elektronische Gesundheitskarten. Ja, was mache ich denn jetzt damit? Auch interessant, man stelle sich irgendwelche Katastrophen vor. Also kein Strom. Ich weiß, das passiert in Deutschland nicht. oder einfach nur ein Busunfall. Da habe ich oder eine Massenkarambolage. Da habe ich mal ruckzuck 20, 30, 40 Patienten. Die sind in der Regel nicht im allerbesten Zustand. Patienten und Brieftaschen und Handtaschen sind beliebig durcheinander gewürfelt. Sollen die Notärzte jetzt Memory spielen? Also ich will nicht sagen, dass der Notfalldatensatz als solcher nicht durchaus den einen oder anderen sinnvoll Zweck haben kann. Aber ein solches Allheilmittel, wie er dargestellt wird, ist er sicherlich nicht. Dann kommen interessante Fragen des Datenschutzes auf. Und hier haben wir den klassischen Zielkonflikt zweier Sicherheitsanforderungen, nämlich der Sicherheitsanforderung Vertraulichkeit und Verfügbarkeit. Natürlich wollen wir, dass man an Notfalldaten immer drankommt, möglichst ungehindert und natürlich auch offline. Man denkt nur an den Stromausfall. Das heißt, die Zugangskontrolle kann maximal offline über ein HBA, also ein Heilberufler Ausweis, das sind diese Ärzte-E-Karten, passieren. Dann wären diese Notfalldaten aber nur noch in Deutschland zugreifbar. Und wenn man in Österreich ist, die haben ein anderes System oder in der Schweiz oder Frankreich oder Luxemburg oder Niederlande, wäre man eben nicht mit diesem Notfalldatensatz rettbar. Und da es offline ist, reicht es, einen HBA zu stehlen, dann kommt man an alle Notfalldaten dran, wenn man auch an die Karte drankommt. Oder man ruft den Werksarzt zu einem Vorstellungsgespräch dabei. Und die Daten auf dem Notfalldatensatz sind durchaus nicht ganz harmlos. Wenn da Dinge stehen wie Diabetes, Asthma und es gibt noch eine ganze Reihe anderer Erkrankungen, die sind alle erblich disponibel. Das heißt also, wenn ich die Gesundheitsdaten der Eltern habe, kann ich Prognosen über den Gesundheitsverlauf der Kinder machen. Und insofern sind diese Daten durchaus schutzbedürftig und zwar auch nicht nur schutzbedürftig für ein Individuum. Also wenn jemand im SUF bereit ist, für 20 Euro seine kompletten Gesundheitsdaten zu verticken, dann ist das halt nicht nur seine Sache, sondern es ist leider auch die Sache seiner unmittelbaren Anverwandten, über die auf dieser Basis Rückschlüsse möglich werden. Die Rettung, die wir hier haben, ist der Notfalldatensatz ist freiwillig. Also sagen wir, der Notfalldatensatz würde auch diese Investitionen, wir haben ja keine Einsparung, sondern diese erheblichen jährlichen Mehrkosten wohl nicht rechtfertigen. Dann die Wechselwirkung und Verträglichkeitsprüfung. Das heißt also die Medikamentenhistorie. Die Medikamentenhistorie soll bei der E-Card automagisch entstehen durch die Aneinanderreihung der E-Rezepte. Das ist etwas problematisch, weil ich weiß nicht, nimmt der Patient alle Medikamente? In welcher Dosierung nimmt er sie? Kann ja durchaus sein, dass er sie Beipackzettel konform abgesetzt hat, weil er eine Nebenwirkung beobachtet hat. Das kann aber ziemlich wichtig sein zu wissen. Dann gibt es eine ganze Reihe von Wirkstoffen, die nicht verschreibungspflichtig sind, die aber durchaus mit Medikamenten wechselwirken und teilweise auch durchaus etwas heftiger wechselwirken. Und schließlich gibt es dann noch verschreibungspflichtige Wirkstoffe. Aus dem Internet, da gab es von einem Herrn Professor Schweim, wenn ich mich recht entsinne, einen sehr guten Artikel auch in facharzt.de, was da so aus dem Internet auf uns zukommt und wie viele Todesfälle man daraus schätzen darf. Aus dem Familienfundus und schließlich gibt es ja auch so gewisse Wirkstoffe, wo die Leute nicht gerade rumlaufen und sagen, dass sie die nehmen, weil sie gegen gewisse Gesetze verstoßen. Das Problem und das Problem ist natürlich auch niemand wird sowas oder die Leute hätten eine gewisse Scheu, schon a priori eine gewisse Scheu, sowas in zentrales Gesundheitssystem einzutragen. Nach dem, was wir später noch sehen werden, wird die Scheu vielleicht noch ein bisschen größer werden. Das folgt ganz klar und das gilt auch für dieses Notarzt-Szenario. Ich muss entweder den Patienten befragen oder ich brauche einen Angehörigen, den ich befragen kann und im Notfall auch informieren kann. Also Befragung, Beratung, zwingend notwendig und zwar bei der Verordnung, nicht erst in der Apotheke. Was soll der Apotheker machen? Jetzt kommt der Patient zur Apotheke mit seiner E-Card und dann sagt der Apotheker, kann ich Ihnen nicht geben, gibt es eine Wechselwirkung? Ja, nur ob diese informalen Abläufe mit der E-Card noch gehen, ist eine Frage, weil damit ein Rezept gültig ist, muss der Arzt das signieren und ob er das per Telefon macht und wie das per Telefon gehen sollte, wäre noch eine zu diskutierende Fragestellung. Das Kernproblem ist wie bitte? Also er sagt, es ist heute auch nicht möglich. Es ist heute eben möglich, dass Arzt und Apotheker sich auf dem kleinen Dienstweg einigen. Und dann ändert der Apotheker das Ganze und zeichnet es nochmal ab beispielsweise. Und diese informalen Wege sind möglich, aber wenn ich das Ganze in technisches Korsett zwänge, ist die Frage, ob dieses technische Korsett diesen Pfad noch vorsieht. Das Kernproblem ist, um eine vernünftige Wechselwirkung und Verträglichkeitsprüfung zu machen, muss ich nicht nur eine Medikamentenliste haben. Ich muss zu jedem Medikament auch noch dazu wissen, wie dieser Patient dieses Medikament vertragen hat und wie wirksam es bei ihm ist. Und das sind auch noch wirklich zwei verschiedene Dimensionen. Nur dann kann ich mit einer solchen Medikamentenhistorie arbeiten, weil ich sagen kann, ich habe einen Alternativwirkstoff, der vielleicht besser verträglich ist. Oder ich muss diesen Wirkstoff nehmen, weil der bei ihm sehr gut verträglich ist. Er muss die Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Und ich versuche die Nebenwirkungen über irgendwas aufzufangen. Das brauche ich in der Medikamentenhistorie. Also diese Medikamentenliste reißt es auch nicht raus. Jetzt schauen wir uns mal den E-Arztbrief und die E-Patientenakte an. Natürlich kann man sich hier einige theoretische Verbesserungen vorstellen. Und inzwischen wird auch über DSL geredet, wobei aber nicht für jede Landarztpraxis DSL zugänglich ist. Was spannend ist, man braucht für die Einsichtnahme in die Daten und für das Einpflegen von Daten die Patientenkarte. Vielleicht auch die PIN. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Das heißt aber, dass ein Arztbrief oder eine Patientenakte nur mit Patient zusammen einsehbar ist. Jetzt kommen Sie also aus dem Krankenhaus. Das Krankenhaus hat seine Arbeit gut gemacht und schreibt dem Hausarzt einen 30-seitigen Entlassbrief mit angehängten Röntgenbildern und allem drum und dran. Ich persönlich würde mir wünschen und ich glaube auch, dass das meiner Behandlungsqualität besser täte, wenn der Hausarzt sich das in Ruhe anschauen kann. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Ich gehe zum Hausarzt, schließe ihm die Daten auf und sitze da, während er sich das anschaut. oder ich schließe ihm es auf und gehe wieder nach Hause und komme zu einem zweiten Termin. Viel spannender wird das noch beim Einpflegen von Daten. Jetzt war ich beim Hausarzt, der hat mir Blut abgenommen und eine Blutprobe veranlasst. Jetzt kriegt er irgendwann die Laborwerte. Wie kriegt er die in meine Patientenakte? Insbesondere wenn ich inzwischen vielleicht schon in Berlin bin. Also da sind durchaus noch so ein paar spannendere Praktikabilitätsfragen zu stellen. Und man muss sich auch noch eines klar machen. Warum brauchen denn die Entlassbriefe und Arztbriefe im Moment so lange? Weil das Gesundheitswesen administrativ, also durch Bürokratie gnadenlos überlastet ist. Und wenn eine Klinik jetzt schon Wochen braucht, um ihre Entlassbriefe fertig zu machen, dann ist die Frage, ob das durch die Gesundheitstelematik wirklich beschleunigt wird. Und diese Zeiten sind natürlich mit ein Grund auch für Doppeluntersuchungen. Also das riecht mir wieder so nach, wir versuchen mit einem technischen Ansatz Probleme zu lösen, die nicht technisch sind. Und da haben wir ja alle eine Meinung zu, wie erfolgreich das ist. Was natürlich durchaus ein gewichtiges Argument ist, die Vermeidung von Behandlungsfehlern. Da gibt es auf der Website von GoIn, das ist also das bayerische Modellprojekt, gibt es also einen wirklich dramatischen Artikel zu Amputation eines gesunden Lungenflügels statt des Kranken wegen Informationsdefiziten. Viel schlimmer kann es ja eigentlich nicht kommen. Und das Gredo ist, das wird jetzt durch die elektronische Patientenakte alles vermieden. Also die Frage ist halt, Ärzte schieben in Deutschland 36 Stunden Schichten. Und ich frage, wie hoch ist die Datenqualität, wenn die am Ende ihrer Schicht die Sachen erfassen. Und wie hoch ist die Entscheidungsqualität, wenn sie am Ende ihrer Schicht durch in 6000 Seiten lange elektronische Patientenakte durchblättern müssen und die Dinge finden müssen, die jetzt für den Notfall wirklich wichtig sind. Ich bin da etwas skeptisch an dieser Stelle und ich würde also die Umsetzung eines EU-Gerichtshofs Urteils und der dazugehörigen Richtlinie für zielführender finden. Danke. Das Problem, was wir an dieser Stelle haben, ist, bei Patientenakten haben wir wirklich den höchstmöglichsten Schutzbedarf. Also schon Rezepte sind nicht ohne. Wenn ich weiß, dass jemand Insulin kriegt, weiß ich, dass er Diabetes hat. Wenn ich weiß, dass er bestimmte Medikamente kriegt, weiß ich, dass er Asthma oder eine Herzinsuffizienz hat und kann daraus das Krankheitsbild schließen. Aber bei der Patientenakte liegt wirklich alles glasklar vor uns. Und da müssen wir wirklich sämtliche Sicherheitsdimensionen haben und natürlich auch die Verfügbarkeit. Das Beispiel aus den Niederlanden war da sehr eindrucksvoll, wo also durch einen Virenbefall in einem papierlosen Krankenhaus eine Woche lang die Patientenakten nicht mehr zugänglich waren und die Rettung waren nicht konforme Ärzte, die die Unverschämtheit besessen hatten, weiter Papierakten zu führen. Ja, genau, rausschmeißen. Ja, genau. Wie gesagt, ich habe ja auf dem letzten CCC schon eine Modellimplementierung, die Sicherheitsanalyse von vorgestellt. das war nicht wirklich vertrauenserweckend, das, was ich jetzt aus den Niederlanden gehört habe, schlägt in exakt die gleiche Kerbe, aber da hatte man immerhin Firewalls, aber augenscheinlich keine Virenscanner. Also, da das Ganze auch frühestens 2012 fertig sein soll, kann das kein Grund, und bis dahin haben wir eine Ersatzinvestition durch, kann das kein Grund sein, die E-Card jetzt einzuführen. Also, selbst wenn wir in der Gesellschaft sagen würden, ja, das bringt uns so viel, wir nehmen das Geld in die Hand und wir lassen jetzt auch noch mal die Sicherheitsfuzzis drüber und die sollen es mal wirklich dicht machen, aber da es erst 2012 kommt, müssen wir das Geld nicht jetzt in die Hand machen, dann können wir mit diesem Geld was Sinnvolleres tun, zum Beispiel Schulden bezahlen. Dann soll die Patientenposition gestärkt werden. insbesondere gibt es also diese eine Meldung, die ich da oben zitiere, die elektronische Gesundheitskarte ist also eine Signaturkarte und soll explizit auch für Patientenverfügungen benutzt werden und das stelle ich mir jetzt wirklich sehr, sehr witzig vor. Neben den ganzen kleinen Problemen, die ich da so zitiere, möchte ich einfach nur ein kleines Szenario ausbreiten. Es ist für mich nicht vorstellbar, dass es möglich ist, in Krankenhäusern oder Altenheimen dafür zu sorgen, dass nur die Patienten ihre PIN kennen. Das halte ich für absolut impraktikabel. Das halte ich spätestens bei Schwerpflegebedürftigen oder Dementen für impraktikabel. und zwar durchaus aus eigener Anschauung und aus Gesprächen mit Pflegepersonal. Das wird nicht gehen. Jetzt wird getrennt, es gibt zwei PINs. Jeder wird sich eine PIN merken können, klar, aber man muss sich auch zwei merken und man muss sich zwei merken, die zwei ganz verschiedene Funktionen haben. Die eine PIN wird nämlich die elektronische Gesundheitskarte in ihrer Funktion als Gesundheitskarte freischalten. Die zweite PIN wird die Signaturen freischalten. Oma, schon gib mir mal deine PIN. Nee, das war die falsche. Es ist aber vielleicht auch ein Arbeitsmarktprogramm. Also vielleicht ist ja auch geplant, dass man die ganzen Arbeitslosen Akademiker und teilweise auch Informatiker jetzt eben in Schulungsmaßnahmen steckt. Das heißt, die schulen den gesamten Rest der Bevölkerung, dass sie dieses System zuverlässig sicher bedienen können. Also mich macht diese Geschichte etwas nervös und ganz offen gestanden, wenn ich krank bin, würde ich mir nicht zutrauen, nicht in so eine Falle zu laufen. Ich weiß nicht, wie es den anderen hier geht, aber ich denke mal, 40 Grad Fieber reichen ohne weiteres aus, um mich locker in so eine Falle reintappen zu lassen. Dann ist natürlich die Frage, also diese Daten werden vielerlei Begehrlichkeiten wecken und wie wollen wir verhindern, dass Arbeitgeber, Versicherungen, Banken versuchen, auf diese Daten Zugriff zu kriegen, rein freiwillig natürlich. Wir sehen nachher, wie das in Österreich aussieht mit der reinen Freiwilligkeit. Also wie verhindern wir die freiwillige Preisgabe? Entschuldigung, ganz kurze Frage oder Anmerkung hier drüben. Ich stimme diesem Vortrag in ganz großen Teilen zu und ich stimme auch der Problematiken zu, die durch die Krankheitskarte oder was noch immer aufkommen. Aber was mich ein kleines bisschen stört, ist die Polemik, die so ein bisschen durchkommt. Denn egal, was sie mit der Patientenkarte machen, wie werden sie verwenden, wenn sie 40 Grad Fieber haben. Wenn sie 40 Grad Fieber haben und ich zeige ihnen ein Formular oder einer alten Dame und sage unterschreiben sie mir das für die Behandlung, dann werden sie auch ihre ganz normale Papierunterschrift geben. Also ist hier gar kein Unterschied zwischen der Karte und der Missbrauchsmöglichkeit eines dementen Menschen. Der Unterschied ist gravierend insofern, als ich dann eine Unterschrift habe und nicht eine PIN, mit der ich immer wieder signieren kann. Meine Polemik wird verständlicher, wenn ich zum zweiten Vortragsteil komme. Aber ganz kurz, eine solche Blanko-Unterschrift nennt sich Bevollmächtigung und habe ich eine Bevollmächtigung eines demenzkranken Patienten, kann ich auch über eine ganz gewisse Zeit, nämlich so lange, bis es nach oben kommt, in seinem Namen Geschäfte tätigen. Also da gibt es keinen Unterschied. Sorry. Wenn ich es richtig weiß, muss eine Bevollmächtigung beim Amtsgericht hinterlegt sein. Also ich spreche aus eigener Erfahrung, man muss als Betreuer vom Amtsgericht bestellt werden. Das ist ein sehr formaler Vorgang. Das muss mit Hilfe eines medizinisch- psychiatrischen Gutachtens geklärt sein, ob diese Person der Betreuung bedarf. Dann wird die Person gecheckt und wenn all diese Daten da sind, also mit Überprüfung vorher, man wird nicht einfach so Betreuer, man wird auch vorher überprüft, ob man dazu geistig, psychisch, persönlich in der Lage ist. Das ist die erste Sache, damit kriegt man diesen Ausweis. Dann gibt es noch die zweite Sache, man darf als Betreuer, was der Vortragende auch schon erwähnte, durchaus nicht alles tun. Und drittens, das wird alle fünf Jahre wieder überprüft. Also ich spreche deshalb aus Erfahrung, ich bin Betreuer und auch ich darf nicht alles machen. Ich darf zum Beispiel in diesem Notfall natürlich eine Unterschrift geben, aber nur für diesen einen Fall. Und das ist einfach ein Unterschied, ob man wirklich eine konkrete Situation hat, wo man schnell reagieren muss, wo die Person das nicht mehr selbst entscheidend verantworten kann, oder ob ich wirklich Zugriff auf so einen Datenpool habe. Ich will also jetzt nicht Position einnehmen, ich möchte es einfach nur zum Bedenken geben, es gibt da wirklich in der Realität auch, sieht es ein bisschen anders aus. Also ich möchte die Diskussion nicht abwürgen, aber wir haben wenig Zeit, ich habe schon dankenswerterweise einen Zwei-Stunden-Slot gekriegt, aber wir haben viel Material und die Grundsatzdiskussion würde ich wirklich bitte am Ende führen wollen. Also aus meiner Sicht führt das Ganze nicht zu einer Stärkung der Patientenrechte und wenn man uns tatsächlich zutraut im Alltag, also wenn man allen Bürgern zutraut im Alltag mit so komplexen Systemen umzugehen, dann erstaunt es mich, dass man uns nicht zutraut an dem Projekt teilzuhaben und über dieses Projekt abzustimmen. Entweder wir sind so kompetent oder wir sind es nicht. Wenn wir nicht sind, dann kann die Verantwortung nicht auf den Bürger abgewälzt werden und wenn wir es sind, dann möchten wir auch bitte über die Einführung Ja oder Nein mitreden und nicht nur darüber, dass wir hoffentlich niemals einen Fehler machen. Kommen wir jetzt zu einem Thema, was uns eigentlich wieder mehr liegt. Sicherheitsdefizite im IT-Bestand, das hat der Herr Schar ja angemerkt. Da hat er natürlich recht. Also ich habe da inzwischen so einiges mitgekriegt. Aber die allermeisten Ärzte sind deswegen auch so vernünftig, ihre Systeme nicht von außen zugänglich zu machen. Das geht teilweise so weit, dass sie die Wartung physisch vor Ort durchführen lassen, um ihre Systeme nicht für Fernwartung zu öffnen. Und diejenigen, die es anders machen, sind, wenn man mit ihnen mal über die Risiken redet, erstaunt. Die sind halt einfach nicht technikkompetent. Das müssen die auch nicht sein. Die sollen ja ihre Zeit darauf verwenden, gute Mediziner zu sein und da alles Relevante zu wissen. Und die sind einfach von ihren IT-Fuzzis schlecht beraten worden. Und da gibt es dann auch wirklich unsicherhafte Lösungen. Der entscheidende Punkt ist aber, dass sich durch die Einführung der Telematik etwas ganz grundsätzlich ändert. Jetzt sind nämlich plötzlich alle Praxen und alle Kliniken vernetzt. Und das ist ein qualitativer Unterschied. Denn wenn ich versuchen würde, irgendeinen Betrug oder Diebstahl von Patientenakten auf Papierebene machen zu wollen, dann müsste ich in einem nennenswerten Umfang, dann müsste ich in Tausende von Praxen einbrechen. Das ist auch sehr schön in dem vorangegangenen Vortrag geschildert worden. Ich kann auf einem USB-Stick mal schnell 100.000 Patientenakten wegtragen. Das möchte ich auf Papier mal sehen oder mit Papier mal sehen. Die Lastwagen Kolonne. Das ist der entscheidende Unterschied. Und in einem elektronischen Szenario ist ein solcher Angriff auch Einzeltätern und in kurzer Zeit möglich. Es ist einfach nur eine Frage, wie dick die Rohre sind, durch die diese Daten bewegt werden können, um auszurechnen, wie lange er braucht, um einen nennenswerten Anteil der Gesundheitsdaten der bundesdeutschen Bevölkerung abgegriffen zu haben. Und das System ist extrem attraktiv. Das heißt, die Werte im System sind sehr hoch. Wir ziehen uns an dieser Stelle hochpotente Angreifer an Land, die mit extremer krimineller Energie zu Werke gehen werden. Und wir haben deswegen ein System mit sehr hoher Risikodichte. Das heißt, wenn in diesem System einmal etwas schief geht, dann ist das ein Großereignis, dann ist der Schaden gigantisch und in dieser Hinsicht gleicht das System der Kernenergie. Tschernobyl ist ein seltenes Ereignis, Gott sei Dank, aber es ist auch ein Ereignis mit fatalen Auswirkungen auf sehr viele Leute und das ist hier ähnlich. Das heißt, wir haben hier eine Technologie, die ich eben als hoch Risikodicht bezeichnen würde. Und da muss meines Erachtens gesellschaftlich drüber abgestimmt werden über so eine Technologie. Um das ein bisschen zu untermauern, ein vollständiger Personendatensatz nur mit dem Hobbyprofil der Person wird durchaus für 100 bis 150 Euro vertickt, habe ich mir sagen lassen. Also wenn der entsprechend ausgebaut ist. Das ist für mich die Untergrenze dessen, was ein vollständiger Gesundheitsdatensatz wert sein dürfte. Wenn wir diese Zahlen nehmen, dann ist alleine eine Modellregion mit 10.000 Patienten schon über eine Million Euro wert und die gesamte BRD wäre mal mindestens 8 bis 12 Milliarden Euro wert. Und das sind Werte, da dürfen wir mit Angreifergruppen rechnen, denen ich im Normalfall nicht gerne entgegentreten würde. Und es gibt ja auch Erfahrungswerte mit dem Schutz sensibler Daten. Also man könnte da eine endlos lange Liste machen. Das Erste, was ich bewusst mitgekriegt habe, war etwa 1980, wo sich ein Programmierer Rundungsreste aus Zinsberechnungen überwiesen hat. Er hatte für die Banken das Programm geschrieben, was die Zinsen berechnet, da bleiben hinten immer Rundungsreste. Die haben die Banken früher sozusagen stillschweigend kassiert. Der hat gesagt, das fällt ja nirgendwo auf, das überweise ich mir einfach auf ein Konto, war dann ziemlich geschockt, was da für Beträge zustande kam, ist dann auch gefasst worden, weil er ein klein wenig wohl in Panik geriet, ob auch nur einen Patienten ausgelassen wird, sind Sicherheitstests. In den offiziellen Testplänen des Bundesgesundheitsministeriums kommen die nicht vor. Inzwischen ist zu hören, dass sie impliziert sind. Die Gematik will die Hacker testen lassen, bis die Hacker verzweifelt ihre Tools einpacken. Dieses Gefühl kenne ich vom letzten Jahr. Ich habe meine Tools auch verzweifelt eingepackt. Das war eine echte Verzweiflung. Das habe ich nicht finden wollen. Man muss bei dieser ganzen Geschichte auch sagen, es ist doch merkwürdig, warum soll nur am Ende ein Hackertest stattfinden? Wir wissen alle, dass eine Designanalyse etwa 100 Mal effizienter ist als ein Hackertest. Warum nicht das? Man könnte also die Vermutung haben, dass der Hackertest vielleicht nur ein Sicherheitsfeigen platt ist. Nämlich gibt es die entsprechenden Newsticker Meldungen. Es soll ein reiner Labortest werden. Das heißt, die Systeme sind nicht im Einsatz, die sind nicht als Gesundheitsnetz tatsächlich zusammengeschaltet. Es gibt keine Möglichkeit zum Social Engineering. Es wird ein Preisgeld von 50.000 Euro vorgeschlagen. Das muss man sich mal illustriert vorstellen. Wir reden von einem System, dem wir später Daten in einem Wert von einem Dutzend Milliarden Euro anvertrauen wollen. Da stellt sich und sagt, ich habe einen Tresor. In diesen Tresor könnt ihr diese Daten gefahrlos reintun. Ja, ihr wollt einen Test? Okay, hier ist der Test und ich lege da jetzt 50.000 Euro rein und ihr dürft auch nicht alles machen und Entschuldigung, das ist irgendwie nicht sehr überzeugend. Also wenn dieses System sicher ist, dann muss da ein bisschen mehr rein. Ich meine, es gibt ein Akzeptanz Marketing zu diesem Projekt und für dieses Akzeptanz Marketing stehen 20 Millionen Euro zur Verfügung. Ein Hackertest ist das beste Akzeptanz Marketing und dann sollen die 20 Millionen Euro aber auch bitte als Preisgeld zur Verfügung stehen. Das ist meine Meinung. Wobei meine Meinung aber auch ist, und das werde ich auch gleich versuchen zu belegen, dass wir derzeit noch gar keinen Hackertest brauchen, weil schon die Systemarchitektur ihre Probleme hat. Aber lasst uns mal Mindestforderungen für einen solchen Hackertest aufstellen. Es muss ein Classbox Test sein, des kompletten Systems. Das Preisgeld muss angemessen sein. Ich habe mal versucht, das zu schätzen. Es muss natürlich das Preisgeld nach Steuern sein, weil die Kriminellen schreiben auch keine Steuern. Also zahlen auch keine Steuern. Und es sollte unter Alltagsbedingungen getestet werden. Und da wäre mein Vorschlag, dass wir diese Personenkreise in das System aufnehmen. Das folgt besten europäischen Traditionen. Im Gesundheitswesen war es immer gute Tradition, dass bei Versuchen, die man eben nicht mehr an Tieren machen kann, sondern an Menschen machen muss, dass diejenigen, die dieses Verfahren vorgeschlagen haben, es im Selbstversuch getestet haben. Das halte ich wirklich für eine exzellente Tradition. die sollten wir hier wieder aufleben lassen. Die Leute müssen versichern, dass die Daten, die sie reinstellen, vollständig sind. Ihre Ärzte von der Schweigepflicht entbinden, sollte bei der Veröffentlichung rauskommen, dass sie nicht vollständig sind. Und es geht mir gar nicht darum, diesen Leuten irgendwie eins reinzuwirken. Jeder hat die Möglichkeit des Opt-outs durch öffentliche Erklärung. Nur dieses Recht hat dann jeder andere Bürger auch. Und zwar ohne Nachteile. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen in die Detail an. Wir schauen uns, was wäre denn die Konsequenz, wenn es schief ginge, wenn in diesem großen System Sicherheitsprobleme auftauchen würden. Wir schauen uns mal die Sicherheitsanforderungen zur Rahmenarchitektur an. Die Sicherheitsarchitektur entgegen der Ankündigung werde ich nichts mehr zu sagen, weil keine unnötigen Vorleistungen. Und dann schauen wir uns noch ein paar Erfahrungswerte an. Es ist sehr schade, dass ich den Vortrag aus Holland nicht früher gehört habe. Der illustriert vieles hier so klasse. Ein unbefugter Zugriff auf Patientendaten ist eine massive Verletzung der Intimsphäre. Patientendaten oder Gesundheitsdaten gelten als die am höchsten schutzbedürftigsten Güter bei allen Datenschützern. Da gibt es gar keine Diskussion drüber. Das Problem ist, wie schon erwähnt, dass man aus einer Krankengeschichte Ableitungen treffen kann über die Krankengeschichte der Nachfahren. Und damit sind die möglicherweise in privaten Krankenversicherungen oder bei Lebensversicherungen nicht mehr versicherbar oder nur noch sehr ungünstig versicherbar. Auch bei Berufsunfähigkeitsversicherungen. Wenn die in irgendeiner Form an diese Daten rankämen, dann hätten diese Menschen sehr, sehr schlechte Karten. Wie könnte so etwas aussehen? Na ja, gut, irgendwo, was weiß ich, auf den Malediven gibt es also so eine kleine Hütte, in dieser kleinen Hütte, also eine Firma, diese Firma hat eine kleine Hütte, in dieser kleinen Hütte sitzt eine ältere Dame vor einer Glaskugel und da wirft man einen Namen vor, die guckt in diese Glaskugel und dann bewertetet sie das Krankheitsrisiko. Man weiß nicht, wie die das macht, aber sie hat immer einen vollen Treffer. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Datenschutzbestimmungen in Malediven sind, ob das da möglich ist, sonst sucht man sich was anderes. Es ist also ganz einfach, eine juristische Konstruktion zu finden, mit der ohne weiteres ein europäisches Unternehmen sagen kann, wir machen keine solchen Auswertungen von Gesundheitsdaten. Trotzdem könnten sie genutzt werden. Diese Leute kriegen dann auch nur noch sehr ungünstige Bankkredite, das heißt können die nicht Überlebensversicherungen absichern. Selbstständig machen wird also schwierig, sie werden Schwierigkeiten kriegen, Arbeitgeber zu finden, weil der wird sich sagen, warum soll ich denn jemanden mit einem erhöhten Krankheitsrisiko einstellen. Und es wird sicherlich auch irgendwann einen findigen Politiker geben, also das könnte ich mir zumindest mal so vorstellen, nach den Sprüchen, die wir die letzten paar Jahre gehört haben, der darüber nachdenkt, ob man den Leuten, die also eine geringere Berufslebenserwartung haben, tatsächlich staatlich eine hochwertige Ausbildung alimentieren sollte. Also das könnte ich mir vorstellen, dass so was passiert. Für den Arzt ist im Einzelfall das Problem, dass die Freisetzung der Daten mal mindestens als Schweigepflichtverletzung gewertet wird und ich wünsche ihm viel Spaß davor, das vor Gericht anzufechten. Ja, der nächste Punkt Manipulation, da sagen mir alle Ärzte, mit manipulierten Gesundheitsdaten kann ich locker Leute umbringen. Da wissen wir dann auch schon gleich, welche Gegner wir haben, denn denen, denen es zu mühselig ist, um irgendwelche Bodyguards drumherum zu arbeiten, die werden an dieser Stelle angreifen. Damit kommt man dann vielleicht auch mal an Politiker dran, wo ziemlich viel Kondon zu überwinden wäre. Für den Arzt immer das Problem Interpretation als Kunstfehler. Das heißt, wir stellen uns einfach ein Szenario vor, wo jemand dafür sorgt, dass der Arzt etwas anderes angezeigt bekommt, als in der Gesundheitskarte steht. Das kann ich im Zweifelsfall schon mit einem dazwischen geschleiften Anschluss an das Monitorkabel bewirken. Da helfen mir meine ganzen Signaturen gar nichts. Dann behandelt der Arzt nach falschen Daten. Der Patient verstirbt. Hinten nach sagt man, wie konntest du nur, das steht alles in der Patientenakte drin, dass du das nicht hättest machen dürfen. Tata. Also da haben wir uns sicherlich an dieser Stelle böse Gegner eingefangen. Fälschung elektronischer Arztunterschriften erlaubt natürlich alles des Vorangegangenen. Der spannende Punkt sind die Rezeptfälschungen. Die Rezeptfälschungen haben schon immer eine größere Menge krimineller Menschen interessiert. Da fangen wir uns also auch noch mal eine breite Masse an mittlerer krimineller Energie ein. Und schließlich könnte es möglich sein, also in dem, was ich ja letztes Jahr untersucht hatte, war es möglich, zumindest mal nach meiner Einschätzung, könnte es ja möglich sein, von da auf die Praxis und die Klinik-IT direkt zuzugreifen. und damit habe ich dann möglicherweise Zugriff auf Gesundheitsressourcen, zu denen ich sonst gar keinen Zugriff gehabt hätte. Und es ist auf jeden Fall auch ohne weiteres möglich, eine Praxis oder eine Klinik abzuschießen. Das heißt also, die einfach den Betrieb zu lähmen. Und ich stehe auch nicht alleine, sondern auch die Gesellschaft für Informatik oder das unabhängige Landesdatenschutzzentrum in Schleswig-Holstein vertritt ganz ähnliche Risikoeinschätzungen. Und jetzt schauen wir uns mal die Sicherheitsanforderungen an. Ich muss ganz ehrlich sagen, also mir war das ja auch zuwider, immer so negativ über das Ding zu reden. Ich bin Techniker, ich bin mit Leib und Seele Techniker. Ich finde das doch toll, wenn man mit Technik was Tolles machen kann. Ich habe mir die Sicherheitsanforderungen eigentlich durchgelesen, um mich davon zu überzeugen, dass das, was ich im Vorjahr untersucht habe, wirklich nur ein dummer Ausrutscher war. Ja, schauen wir uns das Ding einfach mal an. Der Kernpunkt ist, dass dieses Dokument sich als verbindliche Quelle widerspruchsfreier Sicherheitsanforderungen für die Telematik im Gesundheitwesen versteht. Das ist also der Selbstanspruch dieses Systems oder dieses Dokuments an sich. Ich schiebe ganz kurz die Definition des Schutzniveaus laut BSI Grundschutzhandbuch an. Da gibt es drei Stufen, niedrig bis mittel, hoch und sehr hoch und die werden differenziert nach dem Schadenspotenzial und der Grundschutz ist eigentlich nur für die unterste Schutzstufe gedacht, wo die Schadensauswirkungen begrenzt und überschaubar sind. Schon wenn Gefahr für die persönliche Unversehrtheit besteht, also, nicht besteht, denkbar ist, ist ein hoher Schutzbedarf anzusetzen laut Grundschutzhandbuch. Da muss nur die Gefahr denkbar sein und wenn Gefahr besteht, dann ist sehr hoher Schutzbedarf anzusetzen. Das mal so als kurze Erinnerung. Jetzt schauen wir uns das an. Das Zielszenario der elektronischen Gesundheitskarte bedingt einen hohen Vernetzungsgrad von existierenden Primärsystemen und Backend-Systemen, das sind eben die bestehenden Computersysteme in Arztpraxen und Kliniken, die heute schon sensitive personenbezogene medizinische Informationen lokal verwalten und speichern. Für die bisher lokal verarbeiteten Daten wird ein niedriger bis mittlerer Schutzbedarf angenommen. Es ist mir offen gestanden rätselhaft, wie die zu dieser Annahme kommen. Sie beziehen sich nämlich ausdrücklich aufs Grundschutzhandbuch und ich kann es nicht nachvollziehen. Das würde nämlich eben heißen, diese ganzen Systeme haben nur Grundschutzbedarf und das wird die Ärzte und Kliniken sicherlich freuen. Aber auf Seite 25 steht dann, zusammenfassend kann daher der Schutzbedarf der durch die Telematik Prozesse unterstützten Prozessschritte als hoch bis sehr hoch eingestuft werden. Auch hier habe ich ein gewisses Verständnisproblem. Denn wenn ich eine Prozesskette habe, dann bestimmt natürlich das schwächste, das sicherheitstechnisch schwächste Glied die Sicherheit der gesamten Prozesskette. Wenn jetzt die Prozessketten als hoch bis sehr hoch eingestuft werden und die Praxis- und Klinik-IT ja daran teilnimmt, wie können die dann auf niedrigen bis mittleren Schutzbedarf eingestuft werden? Zumal sie die Quellen und Senken der Daten im System sind. Habe ich gewisse Verständnisschwierigkeiten? Vielleicht findet sich ja im kommenden Jahr jemand, der mir das alles erklärt. Jetzt kommt aber die Lösung. Zusätzliche Sicherheit kann in dieser Konstellation durch die Verwendung von Intrusion Detection Systemen erreicht werden. Ihr seid so vorhersagbar. Also und deswegen reichen dann für alle anderen Komponenten Standardmaßnahmen des mittleren Schutzbedarfs hier Grundschutz Handbuch aus. Also die sagen im Prinzip wir machen Grundschutz Handbuch und dann kommt obendrauf Intrusion Detection Systeme und dann sind wir also für hohen bis sehr hohen Schutzbedarf ausreichend geschützt. Ich denke dass das Ganze also ich folge dem schon technisch nicht ihr auch nicht wie ich gehört habe ich denke aber das krankt schon an der Festlegung des Schutzbedarfs für die Primärsysteme weil die haben Patientendaten und damit ist mal mindestens hoher bis sehr hoher Schutzbedarf anzusetzen das heißt das Konzept krankt schon an dieser Stelle jetzt ist nicht alles schlecht die haben ein paar sehr gute Schutz also sehr gute Sicherheitsanforderungen zum Beispiel da oben die manuellen Ersatzverfahren bei Technikausfall für jeden Prozessschritt unten steht das auch mit dem analogen papierbasierten Prozess das wird noch an anderer Stelle ausführlicher oder die Informationshoheit der Patient muss entscheiden können wer Daten erhält exzellente Forderungen die Sicherheit darf nicht auf dem Vertrauen in einzelne Personen beruhen auch eine sehr gute Forderung angesichts des Wertgehalts dieses Systems würde ich allerdings sagen dass die Sicherheit auch nicht auf 500 Personen beruhen darf denn wenn wir also mal von 10 Milliarden Euro Wert der Daten in diesem System ausgehen dann sind selbst bei 500 Leuten die sich zusammenschließen müssten noch ganz ordentliche Erträge möglich oder sagen wir mal bei 100 Leuten kann man schon ganz ordentlich von Leben von dem was übrig bleibt auch anonym und in einem ganz anderen Land Dann gibt es so ein paar etwas skurrile Übrigens ich will gerade hier reklamieren ich habe die erste Sicherheitsverletzung dieser Sicherheitsanforderung gefunden ich reklamiere schon mal das Preisgeld für mich ehe ich das jetzt erkläre denn CAS 1 die Krankenversicherten Karte muss also spätestens bis zum 1. Januar 2006 durch die elektronische Gesundheitskarte abgelöst oder erweitert werden ich wage die Prognose dass diese Sicherheitsanforderung verletzt werden wird und reklamiere schon mal das Preisgeld da stehen so witzige Dinge drin wie flächendeckende Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und der zugehörigen Applikationen um Wirtschaftlichkeit und Durchführbarkeit zu gewährleisten ich habe schon viele Sicherheitsanforderungen gesehen in meinem Berufsleben die sticht irgendwie ein bisschen heraus dann gibt es aber auch noch ein paar richtig bedenkliche aus meiner Sicht hier wird nämlich gesagt und das widerspricht der Informationshoheit es wird eine Pseudonymisierung des Versicherten und Leistungserbringers Bezug von der Vertrauensstelle durchgeführt und findet in der Form statt dass bundesweit periodenübergreifende Auswertungen zu einem Versicherten und Leistungserbringer durchgeführt werden können das heißt also periodenübergreifend also krankheitsgeschichte also quartalsübergreifend also im Zweifelsfall eine gesamte Krankheitsgeschichte entlang eines Pseudonyms auswerten zu können das setzt nach meiner IT-Erfahrung entweder einen Generalschlüssel voraus oder schon aus reinen Performancegründen eigentlich dass die Daten nicht verschlüsselt im Backend liegen können witzig also ich halte das für einen Widerspruch zur vollen Patientenkontrolle und auch zu öffentlichen Versicherungen die da abgegeben wurden besonders pikant ist das Pseudonym es besteht aus Geburtsdatum Geschlecht und Postleitzahl ich muss mal ganz kurz einen kleinen Exkurs auf die ach schade das ist kaputt gegangen wir haben das auf der Maschine funktioniert es nicht ganz kleinen Exkurs auf die DDR-Personenkennzahl ich lese das einfach vor wenn es nicht für alle lesbar ist im Jahr 1969 beschloss der Ministerrat der DDR eine automatisierte Infrastruktur zur flächendeckenden Kontrolle der DDR-Bevölkerung zu schaffen vor allem die Einführung einer Personenkennzahl für alle Bürger und die Errichtung eines zentralen Bevölkerungsregisters die PKZ wurde am 1. Januar 1970 eingeführt und mit der Errichtung der zentralen Personendatenbank in Berlin-Biesdorf 1972 begonnen die ZPDB erreichte ihre volle Funktionsfähigkeit knapp zwölf Jahre später am 1. Januar 1984 also entweder George Orwell hatte ganz besondere Fähigkeiten oder die Stasi-Humor Die wahrscheinlichere Variante überlasse ich euch Die DDR-Personen-Kennziffer sah also so aus Das elektronische Gesundheitskarten Pseudonym sieht eben Geburtsdatum, Geschlecht, Postleitzahl vor da kommen noch eventuell andere Sachen dran und sagen wir mal das ist ein toller Systemvergleich da sieht man was die verschiedenen Systeme mit strukturell sehr ähnlichen Dingen anfangen kann ich weiß jetzt noch nicht wer da überlegen ist die DDR die das für eine eindeutige Identifizierung hielt oder wir die das für Pseudonym halten also jedenfalls sehen wir die Auflösung ist feiner also für Erfurt gab es elf DDR-Melderegister und es gibt heute zwölf geografische Postleitzahlen das Netz ist enger geworden und man muss sich natürlich auch mal fragen welche Daten erfragen Banken Versicherungen und Arbeitgeber typischerweise Vorvertragsschluss und da funktioniert was nicht doch das brauchen wir meines Erachtens ist das nichts anderes als ein klassischer Primärschlüssel in einer Datenbank ich gebe dem Arbeitgeber meinen Lebenslauf darauf hat er meine aktuelle Postleitzahl die Postleitzahl meiner Geburt im Prinzip oder zumindest mal sehr wenige er hat mein Geburtsdatum mein Geschlecht in der Regel auch außerdem ist da die Variationsbreite nicht so groß bei der PKZ gab es übrigens vier Geschlechter muss man dazu sagen tatsächlich das lest ihr euch aber im Original durch das ist dann besser nee das lest ihr euch im Original durch und hätten die Zugriff auf diese Daten also auf die Gesundheitsdaten dann können die das mit dem was sie haben natürlich raussuchen überhaupt kein Problem das geht so weiter es gibt eine unautorisierte Übertragung der Datensegmente aus der elektronischen Gesundheitskarte unautorisiert heißt also im Zweifelsfall auch gegen unseren Willen also nicht nur irgendeiner zentral liegenden Gesundheitsakte sondern auch der Daten auf der elektronischen Gesundheitskarte dann dann auch sehr interessant der Schlüssel für die Zusammenführung der Daten ist vom Beauftragten für den Datenschutz des medizinischen Dienstes aufzubewahren also es gibt definitiv einen Schlüssel der diese Pseudonyme auch noch ohne größeren Aufwand auflösen kann und die Personendatensätze also die identifizierenden Datensätze mit den medizinischen zusammenführen kann und der liegt in der Hand einer einzigen Person oder Funktion Rolle das ist in meinen Augen ein Widerspruch und ganz offen gestanden ich möchte auch nicht in der Haut dieser Person stecken denn wir haben gesehen was also vor 20 Jahren für 20.000 D-Mark in einem Sparkassentresor den Familien irgendwelcher Sparkassendirektoren widerfahren ist und die haben aus sehr sehr guten Gründen heute keinen Tresorschlüssel mehr mit denen sie alleine schließen können und hier vertraut man also ich habe es geht mir nicht darum dass ich jetzt dieser Person misstraue sondern diese Person könnte sich irgendwann vor die Entscheidung gestellt sehen dass irgendjemand sagt naja Gott du kannst jetzt zugucken wie deine Kinder eins nach dem anderen verbluten oder du gibst mir den Nachschlüssel wäre eine Entscheidung die ich nicht treffen wollen würde ich habe nichts dazu gefunden zur Sicherheit der Primärsysteme vor der Bedrohung aus der Telematik und ich habe auch keine Sicherheitsreserven gesehen also bei einem System wo Datensätze über mehrere Generationen sicher sein müssen würde ich mir doch gewisse Sicherheitsreserven wünschen das heißt also durchgängig die Verwendung zweier verschiedener Kryptoverfahren durchgängig die Verwendung zweier verschiedener Hashes für die Signaturen damit wenn mir mal irgendwie der wissenschaftliche Fortschritt eins unterm Hintern wegschießt oder auch eine Fehlimplementierung mir eins unterm Hintern wegschießt ich dann mit dem anderen weiterhumpeln kann und das nutzen kann diese Sicherheitsreserve wieder herzustellen ich meine immerhin soll das hier das komplexeste und fortschrittlichste IT-Projekt auf der Welt derzeit sein da würde ich so ein bisschen Innovation halt eigentlich erwarten ich hätte die ganzen Vortrag extrem abkürzen können indem ich das hier gleichgebracht hätte denn das hier ist die Selbsteinschätzung der Systemarchitekten und zwar der Sicherheitsarchitekten die reden hier von primären Bedrohungen und sekundären Bedrohungen primären Bedrohungen wären zum Beispiel ein Hackerangriff sekundäre Bedrohungen sind alle Bedrohungsszenarien die sich nach Eintritt der Primärbedrohung ergeben also beispielsweise die Ausbreitung des Angreifers im System und ich lese das jetzt einfach mal im Original vor wie in obiger Abbildung dargestellt sind die sekundären Bedrohungen für die Betrachtung des Gesamtrisikos nicht mehr vernachlässigbar selbst im Fall einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit für primäre Bedrohungen sodass ein akzeptables Restrisiko für den direkt betroffenen Geschäftsprozess entsteht ist die gesamte Schadenshöhe aufgrund der sekundären Bedrohungen nicht mehr zu begrenzen So hört sich aus meiner Sicht kein beherrschbares System an Also hätte ich ein Urteil zu diesem System abzugeben nachdem man mir diesen Satz vorgelegt hat würde ich sagen das System ist augenscheinlich nicht beherrschbar Schauen wir mal auf die Erfahrungswerte E-Card Austria die sind wesentlich weniger ehrgeizig unterwegs als wir die benutzen es eigentlich nur als versicherten Ausweis und zur Abrechnung schon da haben wir nette kleine Datenschutzprobleme zum Beispiel haben Sozialhilfeempfänger keine E-Card erhalten und das fällt ja beim Arztbesuch überhaupt nicht auf dann lassen natürlich die Abrechnungs und Verordnungsdaten des Arztes Rückschlüsse auf die Krankengeschichte zu die haben zwar keine elektronische Patientenakte aber wenn der Arzt abrechnet und dazu eine Diagnose mitliefert oder auch nur eine entsprechende Abrechnungsziffer dann weiß ich was der vor sich hatte darüber machen ja die Krankenkassen ihre Plausibilitätsprüfungen diese Daten liegen teilweise zumindest beim Hauptverband der Sozialversicherungen in Österreich und darauf haben Versicherungen und Arbeitgeber Zugriff natürlich nur mit freiwilliger Einwilligung des Bürgers und dann stelle ich mir vor wie man also zu einem österreichischen Arbeitgeber sagt und geht und der legt einem dann so einen Zettel hin freiwillige Zustimmung zur Einsicht in diese Datenbank und stellt den Kaffee daneben und dann sitzt man da und wartet und legt da noch einen Stift hin dann sitzt man da und wartet und wartet und dann sagt er irgendwann ja jetzt trinken sie ihren Kaffee mal aus ehe der kalt wird also was auch sehr interessant ist deren System läuft ja schon eine ganze Weile jetzt und ich habe jetzt hier mal nur die Totalausfälle also wirklich die Totalausfälle wo in ganz Österreich nichts mehr ging aufgezählt es gibt da so Diskussionen also ich bin da auch vorsichtig ich mache da jetzt immer schon die Punkte hinten dran das letzte Mal als ich das vorgetragen habe kam ich also noch mit zweien und dann sagte einer es gab jetzt schon dritten und anderer sagte nein welchen meinst du ja den nee dann gibt es noch einen vierten wir wissen jetzt aber dass einer von diesen zwei zusätzlichen war also nur ein regional bedingter da war also nur ein viertel von Österreich lahm gelingen deswegen zähle ich die jetzt hier nicht mit und je kleiner die Auswirkung der so zahlreicher werden die auch wie wir das normalerweise erwarten und diese Totalausfälle waren also laut dem österreichischen Hauptverband der Sozialversicherung Supergaus vielleicht also sagen wir ich bin ja alt genug dass ich die Begriffsbildung des Supergaus noch kenne der Gau ist der größte anzunehmende Unfall und das Wort Ungetüm Supergaus ist erst entstanden als man dann später feststellte dass bei Kernkraftwerken auch noch Unfälle möglich sind die schlimmer sind als das was man bisher gedacht hatte und da man ja mit dem Gau schon ein Ultimativ hatte der eigentlich nicht steigerungsfähig ist musste man jetzt halt den Supergaus einführen das heißt jetzt also dass die im Prinzip behaupten dass hier schon dreimal etwas passiert ist was sie sich a priori gar nicht vorstellen konnten das finde ich erstaunlich genauso wie das Verfügbarkeitsziel von 99,7% für eine kritische Infrastruktur eines Staates also da würde ich ein bisschen höher zielen also ich kenne Kunden die betreiben Internetportale die würden bei 99,7% Verfügbarkeitsziel einfach nur lachend weggehen es gibt auch noch andere interessante Dinge der österreichische Rechnungshof hat sehr interessant Stellung genommen es gab diverse Gehaltsskandale und Undurchsichtigkeiten bei zentralen Personen die Ärzte kamen inzwischen auf die Idee für das System mal wenigstens eine ISO 1779 Zertifizierung zu fordern da ist augenscheinlich von den Leuten das System betreiben noch niemand drauf gekommen dass es vielleicht für ein sicherheitskritisches System mal überlegenswert sein könnte und ganz besonders ans Herz legen möchte ich euch das E-Kart Tagebuch weil das beginnt Anfang dieses Jahres da ist ein gestandener etwas älterer Arzt der von sich selbst sagt naja Gott ich bin nicht so richtig der Technik Fuzzi aber ich habe Gott sei Dank in meinem persönlichen Umfeld zwei IT Spezialisten und ich finde das toll was da alles über diese neue Technik erzählt wird ich will dabei sein und man sieht also wie der wirklich mit großer Begeisterung ganz früh in dieses Modellprojekt einsteigt und das bröckelt dann so ein bisschen und nach dem erneuten Ausfall am 14. 12. steht dann da etwas derb dieses System ist ein Schmarrn und er hat zwischendrin etwas geschrieben was ich für ganz ganz wichtig halte nämlich an einem Tag wo er ziemlich zu kämpfen hatte mit dem System schrieb er dann mal ich muss mich mehrmals täglich daran erinnern dass mein Augenmerk und meine Konzentration meinen Patienten und nicht der Technik gelten muss und das ist eigentlich die Fundamentalkritik an dem System denn wir wollen ja letzten Endes dass die Ärzte möglichst viel Zeit und Fachkompetenz an den Patienten herantragen können und nach allem was ich bisher weiß zweifle ich ob dieses System das leisten wird es gibt in Österreich inzwischen auch Proteste die arge Daten das entspricht so etwa unserem Datenschutz Beauftragten ist da recht rege und auch ein bisschen kritischer unterwegs als unsere die Ärzte werden inzwischen ziemlich renitent und witzigerweise sogar der Verband der österreichischen medizinischen Softwarehersteller ist gegen das System weil die vielen Abstürze mit dem üblichen wir sind nicht schuld herum geschiebe nämlich deren Hotline ist gnadenlos überlastet weil es beginnt natürlich das übliche nein nein das muss an ihrer Praxis Software liegen und so weiter und so fort außerdem fürchten die nicht ganz zu unrecht dass das Vertrauen in die IT im Gesundheitswesen überhaupt leiden könnte aber das ist ja Österreich oder Niederlande die haben auch so Probleme aber wir wissen ja in Deutschland passiert sowas ja alles nicht es gibt aber diese sogenannten Disease Management Programme und ziemlich kurz nach meinem letztjährigen Vortrag wurde also bekannt bei diesen Disease Management Programme werden also umfangreiche und wirklich sehr intime Fragebögen ausgefüllt also mit kritischen Daten und das wurde auf Papier gemacht und Datenerfassung in Deutschland ist zu teuer deswegen wurden die also alle gescannt und unverschlüsselt übers Internet nach Vietnam zur Erfassung geschickt es gibt den Verdacht also wohl durchaus begründeten Verdacht dass diese Daten aber nach der Erfassung erst verkauft wurden ich meine man kauft es ja besser nach der Erfassung das muss man ja selbst noch mal erfassen aus den Bildern auf einer Podiums Diskussion hat eine Ärztin und ich habe leider keine belastbare Quelle dazu also wenn da irgendjemand was weiß bitte melden der hat mir erzählt dass in einem Diabetes DMP die Teilnehmer vom lokalen Landratsamt angeschrieben wurden ob sie nicht ihre Führerscheine zurückgeben wollten weil Diabetes häufig mit einer Sehstärke Verschlechterung also Sehfähigkeits Verschlechterung einhergeht zumindest mal wenn sie schlecht behandelt wird außerdem wissen wir hier in Deutschland was wir von gesetzlichen Versprechungen zu halten haben dass bestimmte Daten niemals nie für andere Zwecke gebraucht würden ich will gar nicht in die Diskussion einsteigen ob das Sinn macht oder nicht sondern ich nehme jetzt einfach diese Mautdaten Diskussion als Beispiel es gab ein Gesetz in dem war explizit Mautdaten ausschließlich zur Abrechnung festgeschrieben über die Änderung dieses Gesetzes wird jetzt nachgedacht es gibt auch ein Gesetz was die elektronischen Gesundheitsakten schützt ich bin mir nicht ganz sicher ob wir ausschließen können dass jemals jemand darüber nachdenkt das zu ändern auch sehr prickelnd ist dieses Zitat das gibt uns eine Idee was passieren könnte wenn diese Daten in falsche Hände geraten der Herr Alice Huber sagt dass bei den gesetzlichen Krankenversicherern auf dem Bildschirm der Sachbearbeiter signalisiert wird ob der Patient mehr kostet als er einbringt und dann soll man ihn elektronisch rausmobben er ist nicht verklagt worden bisher meines Wissens ja dann also wie gesagt Stromausfälle gibt es in Deutschland nicht es ist auch wirklich interessant bei dem Trierer Stromausfall ich war mittendrin in einem Rechenzentrum das war auch ganz witzig die standen alle wie die Erlkönige und freuten sich diebig über ihren nagelneue Notstromanlage die war auch tadellos angesprungen und alles richtig Party und dann habe ich einen großen Fehler gemacht und hinten nach waren mir einige Leute böse ich habe nämlich gefragt wie lange reicht die Tankfüllung ja haben die nicht gerne gehört dann gehen wir halt schnell an die Tankstelle was holen mit was pumpen die denn ihren Sprit gut ich meine wir haben dann hinten nach einfach einen im Keller stehenden Diesel also ein Dieselfahrzeug geplündert aber was auch ganz interessant war die Politik hat angesichts dieses großen Stromausfalls festgestellt dass Mobiltelefone kein geeignetes Instrument zum Management von Krisen sind gut ausfallende IT Infrastruktur muss ich glaube ich nichts drüber sagen da wissen wir genügend auch was die Sicherheit angeht also es geht mir auch gar nicht darum auf dem BSI rumzuhacken aber Seintrust BSI zertifiziertes Software gehackt BSI verteilt Sobael auf Zert Mailing Listen ich meine das BSI ist in Deutschland die Truppe die offiziell den Auftrag hat für Sicherheit zu sorgen man darf also davon ausgehen dass es bei denen nicht am Geld mangelt dass es nicht an der Ausstattung mit entsprechenden Gerätschaften mangelt und dass es auch nicht am Personal mangelt es passiert trotzdem wenn es selbst solchen Leuten passiert glaube ich darf man gedroht prognostizieren dass das auch bei einem bei einer Gesundheitstelematik passieren könnte denn ob die flächendeckend mehr Leute und mehr Material an die Front werfen können als das BSI wage ich zu bezweifeln zumindest mal im Rahmen der bisher genannten Zahlen gut und dann wissen wir ja sonst so Exportschlager in Deutschland wie das gelaufen ist und auch die Sicherheitsanalyse die ich letztes Jahr präsentiert habe ist nicht wirklich geeignet das Vertrauen in Software im Gesundheitsbereich zu steigern also sagen wir mal von einem großen Vertrauensvorschuss bei einem Projekt dieser Größenordnung mit diesen Risiken würde ich persönlich nicht mehr reden wollen und jetzt muss ich einfach mal ein paar atmosphärische Hintergründe geben ich hatte wie gesagt kein sehr witziges Jahr also es gab durchaus witzige Momente aber das Jahr war nicht ganz einfach so hat dann zum Beispiel im Januar 2005 in der Gelbe Dienst der Herr Philipp Grätzel etwas veröffentlicht was er für so gut hielt dass er es am 6. 11. noch mal veröffentlicht hat und da bin ich dieser Sache dann auch gewahr geworden und dann habe ich mal recherchiert in meinen Kontaktunterlagen tatsächlich der Herr Grätzel hatte am 5. Januar mit mir Kontakt aufgenommen ein paar Fragen gestellt also sehr diffus woraufhin ich ihm sagte über was ich reden kann und über was nicht und ich würde wenn er das wolle seine Anfrage an meinen Kunden weiterleiten habe sie aber nicht weitergeleitet fünf Tage später bekam ich noch eine Mail von dem Herrn darin behauptete er mit meinem Kunden geredet zu haben und er wisse jetzt alles was er wissen müsse danke das Problem dass ein Philipp Kretzel von Kretz sich nicht bei ihnen gemeldet hat so und jetzt fängt er hier an munter zu zu behaupten ich weiß nicht aus welchen Quellen er die hat und an dieser Stelle behauptet er zum Beispiel unter anderem dass das System vom Fraunhofer IBMT wäre und das ist das Pardock D2D System wäre und ich kann zu vielen Dingen nichts sagen aber zu Er sagt im Übrigen auch die Relevanz meiner Ergebnisse wären gering für die elektronische Gesundheitskarte ich werde versuchen das zu widerlegen insbesondere er behauptet auch das System was ich untersucht hätte wäre vier Jahre alt gewesen das stimmt schlicht und ergreifend nicht das ist nachweislich und dann behauptet er dem Gutachter war es nach Auskunft von Insidern außerdem nicht erlaubt mit dem zuständigen Fraunhofer Institut in Kontakt zu treten da kann ich wirklich sagen Entschuldigung aber das ist logischer Sondermüll denn also erstens mal wenn ein Kunde an mich herantreten würde mit einem so kuriosen Wunsch dann müsste er dafür exzellente Gründe liefern ansonsten würde das zur Auftragsablehnung ohne weitere Diskussion führen weil ich mir nicht verbieten lasse mit wem ich rede Punkt eins Punkt zwei welche Insider meint hat mit mir nicht geredet er hat mit meinem Kunden nicht geredet er kann diese Information auch nicht vom BND haben weil selbst wenn unsere gesamte Kommunikation abgehört worden wäre es hat ein solches Verbot niemals gegeben das stand mir natürlich jederzeit frei das zu tun nur die Frage und das ist jetzt der dritte Punkt wie stellt er sich das denn vor soll ich sagen hey lieber Hersteller ich soll dein System hacken willst du mir mal bitte all die Dinge rausrücken die du sonst nicht in der Öffentlichkeit kundtust ja dann kommt die Gegenfrage für wen tun sie das und dann plaudere ich das natürlich aus also ich weiß nicht was für Vorstellungen von professionellen Sicherheitsberatern davor herrschen aber mir scheint dass der Herr Grätzl da auf Mutmaßungen angewiesen war und vielleicht wurde da auch ein bisschen stille Post gespielt und wir wissen ja alle was die Qualität der Daten am Ende der stillen Post ist dann wurde von Fraunhofer in einem Spiegelartikel geredet ich hätte ein Schlechtachten erstellt ich meine ich hätte lieber ein besseres Gutachten erstellt aber ich habe wirklich nach was Gutem gesucht es war aber leider nicht möglich was zu finden und es ist natürlich auch spannend an dieser Stelle zu sehen die outen sich an dieser Stelle selbst also sie sagen wir waren es ich habe das nie gesagt ja ich sage das aus heute noch nicht weder in positiver oder negativer Form wer es war und dann hatte ich am 9. April einen Vortrag hier in der Charité vor Ärzten morgens am 8. April so etwa gegen 15 Uhr traf also das nebenstehende Schreiben ein wo also Fraunhofer sich darüber echauffiert dass ich über ihre Systeme möglicherweise was Böses sagen würde man beachte die Uhrzeiten also am Freitag um 15 Uhr wenn ich am Samstagmorgen ausgeruht in Berlin anwesend sein will habe ich eigentlich keine Möglichkeit mehr dieses Schreiben zu empfangen außerdem schickte man den Herrn Presser vom IBMT auch zu diesem Vortrag der im Übrigen sowohl im Vortrag als auch danach keinerlei Beanstandungen an meinem Vortrag hatten und mein Anwalt und ich standen also zur Klärung vor und außer Gericht auch jederzeit zur Verfügung die wurde aber nie gesucht und was durchaus interessant ist ist dass man also auf eine Schadensersatzpflicht hinweist die mich träfe wegen falscher Behauptungen und würde ich diese Behauptung nicht sofort unterlassen würde man diesen Schadensersatz geltend machen ich finde das vor dem zeitlichen Ablauf eine ganz interessante Verhaltensweise und jetzt hat sich ja das Fraunhofer-Institut im Spiegel und auch in diesem Schreiben quasi selbst bezichtigt dass es ihr System wäre jetzt sollten wir mal gemeinsam gucken ob das relevant ist also wenn es das Fraunhofer-System wäre und man hat mich ja nicht belangt also es ist stark davon auszugehen dass man meine Behauptung nicht widerlegen konnte noch nicht mal eine einzige sonst hätte man das gemacht und mich wirtschaftlich erledigt hätte das eine Relevanz für die Gesundheitstelematik hier lässt sich also der Herr Theorei dahingehend ein dass Ticketverfahren verwendet werden sollen in der Gesundheitstelematik so wie im D2D oder Pardox-System in facharzt.de war zu finden dass die KV Nordrhein die Tests der elektronischen Gesundheitskarte unterstützen will und zwar auf Basis ihrer Erfahrungen mit dem Projekt Doktor to Doktor was eine andere Schreibweise für D2D ist es gibt Überblicke über die Modellregionen die man hier nachrecherchieren kann D2D wird auf jeden Fall in Heilbronn-Einkommen zum Einsatz kommen wahrscheinlich auch in Bochum-Essen und Fraunhofer IBMT hat also auch eine Stellungnahme eine sehr aktuelle veröffentlicht Pardox-Verfahren unterstützt den elektronischen Gesundheitspass und es gibt noch mehr Stellen wo man sieht dass also das Pardox-System sozusagen der Prototyp für die Gesundheitstelematik ist übrigens eine Anregung wir sollten den Separate Bibelbox-Preis einführen durch Verleihung einer schwarzen Brille denn der Herr Schaar findet es interessant dass Kritik schon kommt obwohl die Karte noch nicht existiert ich finde das interessant weil insbesondere wir haben ja vorher gesehen wie dieses System in den Himmel gelobt wird wie kann ich über die Wirtschaftlichkeit eines nicht existentes Systems schwärmen also über Sicherheit darf man nicht nachdenken weil das System gibt es nicht aber loben darf man es komisch ich denke unsere Aufgabe und im Übrigen auch die Aufgabe vom Herrn Schaar ist öffentlichen Optimismus und Akzeptanz dadurch herzustellen dass wir professionell misstrauisch sind das ist der Dienst den wir unserer Gesellschaft erweisen können wir können für die anderen misstrauisch skeptisch sein wir können die Sachen Transparenz machen und dadurch können wir den Leuten die nicht unsere Expertise in diesem Feld teilen glaubhaft machen dass Systeme sicher oder unsicher sind aber nicht durch Nachbeten irgendwelcher Verlautbarung und es ist sehr interessant der Herr Schaar ist mehrfach von Journalisten ganz konkret auf meine Untersuchung vom letzten Jahr angesprochen worden und in einem Interview in Facharzt.de ist er glasklar angesprochen worden er antwortet nicht auf die Frage ich verstehe es nicht entweder der Mann müsste sagen klar kenne ich alter Hut der Mann ist ein Dummschwätzer oder kenne ich nicht stellen Sie den Kontakt her eine andere Möglichkeit sehe ich logisch nicht wieso wird das ignoriert wieso wird nicht einfach mal Klarheit geschaffen in diesen Modellversuchen mit dem System was ich untersucht habe waren Menschen drin da waren real Patienten drin die wollen ja vielleicht wissen ob ihre Patientendaten in falsche Hände geraten konnten oder manipuliert werden konnten naja so geht das weiter man hat mir also zwischendurch die Bundesärztekammer hat mir angehängt ich sei gerichtlich abgemahnt worden und ich sei nicht zum Gespräch nach bereit gewesen das ist alles widerlegbar danach haben Sie dann ein Interview mit mir veröffentlicht und mich zum Chefkritiker ernannt dann ganz pikant es hat ein Journalist nämlich der Herr Dignatz hat eine Klosse veröffentlicht wo das übrigens nur eine Randnotiz war wo er sich auch nur auf Daten bezogen hat wie sie der Herr Grätzel ja schon veröffentlicht hat aber er war kritisch er hielt das nicht für unbedeutend und das brachte ihm prompt diesen Journalistenpreis von Fraunhofer ein ein Schreiben der Rechtsabteilung und was da drin pikant ist ist es wird behauptet also er wird aufgefordert die Sache nicht mehr auf seiner Webseite zu veröffentlichen und sich auch da nicht mehr zu zu äußern weil ich das ja auch nicht mehr täte hier ist der Gegenbeweis dieses T-Shirt also erstens mal dass ich hier stehe klar ich habe auch zwischendurch bei etlichen Ärzten Vorträge gehalten aber dieses T-Shirt habe ich im wann war es im Mai beim CCC in Stuttgart erhalten das ist ein T-Shirt was ich durchaus mit Stolz trage weil das Motto da drauf auch wirklich mein Lebensmotto ist und jetzt muss man dazu einen Hintergrund wir haben jetzt keine Zeit mehr das ist das Problem ihr kriegt ja die Folien ihr könnt es selbst lesen achso Wissen bringt Verantwortung ich habe das Ganze unterstanden überstanden mit der Unterstützung von zwei Organisationen bei denen ich mich auch herzlich bedanke die eine dürfte euch gut bekannt sein die FSF Europe der zweite der Mediverband ist eine Ärzteorganisation die mir sehr umfassend geholfen haben und die haben Fraunhofer angeschrieben um ihnen vorzuschlagen dass sie eine Classbox-Analyse sowohl der Version finanzieren die ich untersucht hatte um zu klären ob in meinem Gutachten Fehler drin sind oder nicht und dann gegebenenfalls auch noch eine Analyse der jetzigen Version um zu dokumentieren wie sich die Sicherheit des Systems verbessert hat da gab es mehrere Schreiben zu die wurden nicht beantwortet bis eine Frist gesetzt wurde wurden auch erst genau mit Ablauf der Frist beantwortet interessanterweise und Fraunhofer sah sich außerstande das aus eigener Kraft zu entscheiden was pikant an dieser Geschichte ist ist dass das Schreiben an den Anwalt letztlich die Funktion also Medi hatte mich gebeten in der Öffentlichkeit etwas leiser zu treten also auch die Sachen aus dem Web wieder rauszunehmen weil man das Verhandlungsklima nicht versaut haben wollte man wollte wirklich Klarheit und Wahrheit an dieser Stelle und man hatte das auch wohl so kommuniziert wie ich das verstanden habe und Fraunhofer nutzte also diese Dinge dazu aus um eben entsprechend an Journalisten zu schreiben wir haben ein paar Sachen die sind nicht so gerichtsfest beweisbar also es hat dann noch mehr Einflussnamen unserer Einschätzung nach gegeben aber wir können sie nicht gerichtsfest beweisen aber hier haben wir einen Fall den Kömmerbeweisen und Medi will auch eine unabhängige Begleitstudie für das Projekt in Heilbronn finanzieren mit einem eigenen Hackertest und sollte das aufgehen in diesen großen Hackertest mit Preisgeld dann kann auch das Preisgeld an dieser Stelle eingestrichen werden und da wäre wirklich mein Vorschlag da würde ich mich auch bereit erklären das zu koordinieren lasst uns das gemeinsam machen also lasst uns ein Team bilden wir verteilen das Preisgeld nach einem Attacktree den wir aufgebaut haben und den Beiträgen die die Leute im Attacktree geleistet haben weil ich will nicht alles verraten ich habe da so ein paar Hintergedanken an dieser Stelle aber es wäre klug wenn wir das gemeinsam und nicht jeder für sich täte so das sind die Schreiben die da hin und her gelaufen sind von Medi Baden-Württemberg wo eben auch der Deutschlandvorsitzende sitzt an Fraunhofer könnt ihr euch dann mal anschauen später meine Einschätzung ist einfach wir haben es hier mit des Kaisers neuen Kleidern zu tun das System bietet erhebliche Risiken viele der gepriesenen Vorteile tragen in meinen Augen nicht es gibt durchaus ernste Gründe zur Unruhe seien es die Ergebnisse aus Holland aus Österreich oder diese alte Untersuchung von mir und was ich noch viel viel wichtiger finde ist wir haben hier eine echte Gefahr für die Bürgergesellschaft und für die Demokratie wir haben ein Thema was nur noch ganz wenigen Leuten zugänglich ist ich denke mal wirklich in die Tiefe einsteigen in solche Sicherheitsarchitekturen können in Deutschland ein paar hundert vielleicht ein paar tausend Leute von denen sind viele in den Konsortien gebunden das heißt wir haben nur wenige freie Experten die sich dann auch noch die Zeit nehmen ich will ganz ehrlich sagen die Beschäftigung damit hat mich erheblich in Form von Einnahmeausfällen gekostet und zwar durchaus für mich allmählich an den Grenzen des Tragbaren jetzt haben wir nur wenige Leute die das machen können Kritik ist nicht nur unerwünscht sie ist wie ich denke ich nachweisen konnte und daher kommt auch mein polemischer Unterton sie ist gefährlich man versucht unabhängige Kritiker auszumerzen und das halte ich für eine Beeinträchtigung der freien Meinungsbildung ich kann wirklich nur sagen Fraunhofer Gesellschaft ihr seid die Letzten aber die Allerletzten die ein Interesse daran haben könnten Grundrechte wie Meinungs oder Forschungsfreiheit anzugreifen das ist jetzt ein Witz der ist eher für Ärzte aber die werden immer so mit Wands und Wirtschaftlichkeit und so und Wirksamkeitsnachweis gequält für mich stellt sich einfach die Frage welcher Mentalität kann man Gesundheitsdaten anvertrauen ich meine im Normalfall vertraue ich Daten dem Arzt meiner Wahl an noch nicht mal der Ärzteschaft insgesamt sondern nur dem Arzt meiner Wahl und ich habe viele Ärzte kennengelernt und ich muss sagen ich habe selten so viele Leute kennengelernt denen ich so weit bereit wäre zu vertrauen gar keine Frage wirklich beeindruckend beeindruckende Erfahrungen es gab eine Ausnahme da stellte sich aber später raus der war Pathologe so und selbst da sagen wir im Fall nur dem Arzt unserer Wahl außer in Notfällen vielleicht ich denke wir haben ja ein paar Mentalitäten gesehen also ich habe ein paar Mentalitäten in diesem Jahr erlebt wo ich definitiv nicht möchte dass meine Gesundheitsdaten hinkommen und für mich ist einfach die Frage sind im Gesundheitswesen Akteure denkbar die ihren Eigennutz über die Sicherheit von Patienten oder über Grundrechte von Bürger stellen das ist eine Frage die sich jeder beantworten muss und die Frage wem will er seine Daten anvertrauen vor diesem Hintergrund und was mich jetzt erstaunt ich meine ich bin ja Techniker ich suche ja auch immer eine technische Lösung es gibt so einfache technische Lösungen nehmen wir nur mal das E-Rezept es wäre ganz trivial die herkömmlichen Papierrezepte weiterzuverwenden hinten drauf einen zweidimensionalen Barcode zu drucken die Daten im zweidimensionalen Barcode könnten wir sogar ohne weiteres elektronisch signieren überhaupt gar kein Thema damit hätten wir die ganzen Probleme nicht die wir haben die Lösung ist signifikant billiger weil wir nicht jedem Bürger eine Signaturkarte in die Hand drücken müssen wir haben keine Doppeleinlösungen wir haben ein ausfallsicheres System wir haben eigentlich alles was man sich wünschen kann inklusive keine Medienbrüche mehr weil sobald das Ding unter den ersten Scanner gelegt wurde ist es halt digital ja genau keine Innovation weil 2D Barcodes gibt es schon seit 1982 ja deswegen das ist der Grund die haben ich habe immer gedacht die haben das nicht gewusst nein das ist keine Innovation der Einwand war gut ja und so könnten wir weitermachen wir haben nur die Zeit nicht meine Prognose also der Worst Case aus Patientensicht der eintreten könnte wäre wir erleben ein volkswirtschaftliches Desaster dramatische Behinderungen im Gesundheitswesen mit schweren Betriebsstörungen wenn wir das Zeug am dringendsten brauchen und diese Daten sind schon von Design her für bestimmte Kreise zugänglich und dann kriegen wir eine Dreiklassengesellschaft Weißglas Grünglas Braunglas Weißglas die mit einer tadellosen Gesundheitsakte Grünglas mit kleinen Fehlern Braunglas hat ein Weißglas ein Anrechter darauf zu erfahren ob der avisierte Ehepartner eventuell Grünglas oder Braunglas ist und die Kinder verseucht das sind so spannende Fragen mit denen wir uns dann vielleicht beschäftigen müssen und dann haben wir noch die Milchglas Fraktion das sind die die sich undurchsichtig machen die werden zuerst als Grünglas gehandhabt werden wenn dann genügend viel Grünglas freiwillig seine Daten öffnet ist Milchglas Braunglas und sollten die Leute die sozusagen systembedingt schon den Zugriff darauf haben und das werden wahrscheinlich tausende von Leuten sein sollten die ihre IT Sicherheit nicht im Griff haben sollte da irgendwann mal ein Wurm durchschlagenden Botnet aufgebaut werden dann sind die Daten in freier Wildbahn und ich persönlich möchte nicht dass mein Kind 1984 neben Heidi im Regal stehen hat und mir sagt man ist das langweilig was hatten die damals noch idyllische Zeiten was wir durchsetzen sollten zumindest mal versuchen für eine bessere Gesundheitstelematik bin ich dagegen ich will nur etwas was nicht unser aller Zukunft aufs Spiel setzt sind einmal diese Mindestanforderungen für den Hacker Test die Aufklärung der Bevölkerung über das was da geplant ist und über das Risikokosten Nutzenverhältnis und schließlich die Mitarbeit an einem zielführenden System mit diesen genannten Eigenschaften und ich habe es ja zwischendurch schon mal erwähnt ich bin also in dieser Sache auch allmählich wirklich an den Grenzen meiner Leistungsfähigkeit es wäre wirklich dringend dass wir hier einen etwas größeren Arbeitskreis aufbauen der an diesem Ding weiter arbeitet Also ich habe gerade erfahren, jetzt wäre ja eigentlich Pause, klug gelegt, die kennen mich schon, also wir können gerne noch Fragen und Diskussionen machen. Also die 7.000 Euro, die Frage war, auf welcher Basis kommen diese 7.000 Euro pro Praxis zustande? Das sind im Prinzip der Mittelwert der Praxen, die am Modellversuch Heilbronn teilnehmen. Was die an Kosten hatten, effektiv. Teilweise, komplett neue Punkte. Dass man diese E-Rezepte einfach direkt an einem Terminal einlöst und so wie man das vom Pizzadienst bekommt. Ja, das ist definitiv geplant. Ich habe, nachdem ich für mich mal einen Strich unter den Vortrag gemacht habe, ich hätte den täglich fortschreiben können. Also vor ein paar Tagen habe ich genau so eine Meldung gesehen, dass das jetzt zumindest mal für Nachtdienste gedacht ist. Unterstützt Sie dann schon der Apothekenverband? Bisher noch nicht. Ich habe hier zur Rechten eine Frage. Ist Ihnen bekannt, dass es ein Stück Hardware geben soll, das nennt sich Connector, das also eine Verbindung zu den Datenannahmestellen in den KZVen oder KZVen herstellen soll? Das ist natürlich so eine, ich würde mal sagen, Xbox von Frau Schmidt, die ja den Angriff noch weiter erleichtern wird. Denn das Ding wird man sich doch angucken ganz genau und gucken, wie komme ich an dieser Kiste dran vorbei. Dann hebelt man die ganze Sache noch mehr aus. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Thematik vor sechs, fünf, sechs Jahren eine Rolle gespielt hätte, eine wesentlich stärkere Rolle gespielt hätte, als man das Ganze angestoßen hat. Jetzt haben wir ein SGB V, im SGB V steht drin, das wird kommen und wir werden uns noch umgucken, wohin das führen wird. Das ist meine Meinung. Ob die Maßnahmen, die man über Hackertests dann einleiten kann, noch sinnvoll sein werden, ist eine andere Frage. Wir werden das ganze Ding überhaupt nicht mehr vermeiden können. Es ist unvermeidbar. Es wird kommen. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Also, an meinen pessimistischen Tagen gehe ich davon aus, dass wir es nicht verhindern können, an meinen optimistischen Tagen. Und wenn ich gewisse E-Mails lese, die ich aber leider nicht, zumindest mal derzeit noch nicht veröffentlichen kann, gehe ich davon aus, dass wir sehr viel bewirken können. Also, ich habe von einzelnen Leuten gehört, dass ich sehr viel bewirkt hätte, und zwar von Leuten, die es wissen müssten. Und das ist sozusagen meine Hoffnung, wenn wir das mit ein paar mehr Leuten machen, dass wir dann entsprechend mehr bewirken können. Noch eine, gerade hier drüben, noch eine ganz kurze Anmerkung. Aufgrund des zweiten Teils des Vortrages kann ich die Polemik absolut verstehen und sie ist zu sehr, sehr großen Teilen einfach gerechtfertigt. Okay, wollte ich noch mal sagen. Danke. Hallo Asner. Sie sagten vorhin, dass man zum Öffnen der Karte, meiner Gesundheitsakte, muss ich eine PIN eingeben. Ich habe aber nichts in dem Vortrag gesehen, wie oft kann ich die PIN eingeben, was passiert, wenn ich sie zum Beispiel dreimal falsch eingegeben habe, was passiert danach? Gibt es da noch eine Puck oder wie ist das Verfahren? Also es ist vorgesehen, dass nach einer gewissen Anzahl von Fehlversuchen die Karte gesperrt ist. Was an Endsperrmöglichkeiten vorgesehen ist. Wobei ich weiß nicht alles, also ich stehe da allein zigtausenden von Seiten gegenüber. Nur zu der Frage eben, ich habe SignTrust-Karten und bei SignTrust-Karten hier ist es bisher so, dass bei den herkömmlichen SignTrust-Karten dreimal PIN eingeben, dann ist gesperrt und dann heißt es einschicken. Und bisher kosten die Dinge 50 Euro im Jahr und ich glaube auch, sie wollen etwas in der Größenordnung haben zum Endsperren, um die Puck zu erfragen oder eine einmalige Puck zu erfragen oder wie auch immer. Also das ist alles ziemlich teuer bei denen. Also bei der E-Cup hin wird es den Puck dazu geben und bei der Signatur gibt es dann keine Puck. Das ist meine Antwort, wenn ich weiß. Da war irgendwo einer. Ja, ich hatte auch noch eine Frage. Ja? Ja, und zwar, wie das geregelt ist mit ausländischen Personen, die sich dann in Deutschland aufhalten. Also Touristen, was weiß ich, Lkw-Fahrer, Flüchtlinge und so weiter. Wie werden die denn alle dann bei Ärzten behandelt, wenn da irgendwelche Dinge auftreten? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich meine, wo ist denn dann die Effektivität für diese Personen, da die ja wohl nicht ins elektronische System können? Und das werden sicherlich nicht wenige sein. Ja, also das ist eine sehr gute Frage, kann ich nur sagen. Gibt es keine Antwort jetzt drauf? Auch nicht in dem Papier? Nicht von mir. Okay. Also ein Problem ist ja, dass auch nette Leute zu mir nach Hause kommen können und ich dann an meinem PC sozusagen meine Versicherungsdaten geben kann. Und wenn ich mich an die Spezifikationen richtig erinnere, stand ja so drin als Schutz, davor will man öffentliche Terminals aufstellen, wo man dann ja erkennt, dass neben einer mit der Waffe steht und mir sagt, das ist aufzustellen. Ist denn bekannt, wo diese öffentlichen Plätze sein sollen? Auf der Bahnhofstoilette oder irgendwo anders? Den Vorschlag habe ich noch nicht gehört. Aber ansonsten gehört das zu den Dingen, die sich im Moment noch immer wieder mal ändern. Also da war schon tatsächlich der öffentliche Raum im Gespräch, da waren die Arztpraxen im Gespräch, weil die haben ja eh die Infrastruktur. Da waren die Apotheken im Gespräch. Also Bahnhof oder Bahnhofstoilette ist auch noch eine Idee. Gott. Ich hätte noch mal eine Frage zu der Medikamentenkompatibilitätsliste. War das so zu verstehen, dass der Check dann automatisch läuft? Also ich habe hier Nasenspray A und jetzt B verordnet und der Computer sagt mir dann, nee, das geht nicht. Oder weil der Arzt kann ja meines Erachtens heute auch nicht mehr alle Medikamente irgendwie im Kopf haben und wie die ihre Wechselwirkungen mit wem auch immer und was. Das ist offensichtlich automatisch gedacht. Also A, ohne jetzt konkret die Quelle nennen zu können, genau solche Dinge habe ich gehört. Teilweise auch wieder aus Projekten, über die ich nicht reden darf. Aber sowas habe ich gehört und es spricht ja alleine auch schon die Tatsache dafür, dass man diesen unbetreuten Medikamentenausgabe, so ähnlich wie wir das jetzt so bei den Paketsystemen kennen, wo man also sein Paket an so einem Automaten abholen kann oder an diesen 24-Stunden-Läden, so will man jetzt Medikamente ausgeben ohne Apotheker und das heißt, dass die Verträglichkeitsprüfung oder Wechselwirkungsprüfung automatisch erfolgen muss. Okay, danke. Wo das jetzt gerade aufkam mit den Medikamenten, ist es ja heute schon öfters so, weil die meisten Ärzte ja nicht die ganzen Medikamente kennen, dass die Medikamentenvorschläge über eine Software bekommen. Wie werden das zum Beispiel, wenn jetzt diese Gesundheitskarte eingeführt wird, dann gäbe es ja theoretisch nur noch eine Software. Und es ist ja heute schon das Problem, dass durch Lobbyarbeit manche Ärzte gar nicht mehr billige Medikamente verschreiben, weil sie die auf ihrer Liste nicht mehr finden. Genau. Aber da steht noch nichts zu drin oder so. Es gibt natürlich, die Schnittstellen sind insofern offen, dass die Praxissoftwarehersteller natürlich daraufhin programmieren können. Das werden aber die Kleineren wahrscheinlich nicht schaffen. Wie die Grundhaltung des Bundesgesundheitsministeriums dazu sein könnte, kann man vielleicht an der Äußerung ermessen, die aus dem Bundesgesundheitsministerium kam, als manche der kleinen Krankenkassen sagten, dass für sie die Aufwendungen zur Teilnahme an dieser Gesundheitstelematik durchaus wirtschaftlich riskant sind. Und da kam die Antwort, dass es in Deutschland ohnehin zu viele Krankenkassen gäbe. Also aus der Erinnerung zitiert, ja, mit allen Fehlermöglichkeiten, die es dabei gibt. Da hinten war eine Frage. Ja, auf die Notfalldatensätze bezogen. Erstens gibt es da eine Aussage, was für eine Hardware der Rettungsdienst da mit sich führen soll. Zweitens ist das nur bezogen auf den Notarztrettungsdienst und nicht auf den normalen, üblichen Rettungsdienst. Was soll diese Hardware kosten und wer soll die tragen, die Kosten? Ja Gott, das wird wahrscheinlich das Privatvergnügen des Trägers des Rettungsdienstes sein oder des Krankenhauses oder so, weil in den 1,6 Milliarden Euro, die das Bundesgesundheitsministerium handhabt, sind die nicht drin. Und ich meine, es wirft ja ohnehin, diese ganze Hardware wirft ja noch ein paar interessante Fragestellungen auf. Die Kollegin aus Holland hatte ja, als sie diese Patientendatensätze gehackt hat, zum Beispiel hat sich raussuchen lassen, alle Patienten mit MRSA. MRSA, multiresistente Staphylococcus aureus, das ist ein bestimmter Keim, der sich in Wunden ansiedelt. Und es gibt da inzwischen extrem resistente Stämme. Und inzwischen ist also das Risiko, sich sowas im Krankenhaus anzufangen, relativ hoch und es ist halt auch relativ unerfreulich. Man muss, um diesen Dingen herzuwerden, zum Beispiel ziemlich rigoros desinfizieren. Das müsste man in Krankenwagen tun, das müsste man beim Hausarzt tun, das müsste man beim Pflegedienst tun, gerade bei Pflegediensten oder eben bei Hausärzten, die schwerkranke Patienten mit solchen Keimen zu Hause besuchen. Und es ist einfach die Frage, wie will ich das mit dieser Hardware tun? Also Hardware ist im Normalfall nicht gerade sehr, naja, desinfektionsfreundlich, formulieren wir es mal so. Da sprüht man in der Regel irgendwelche Dinge auf und mir zuckt es als Techniker immer, wenn ich höre, Elektronik und Sprühen. Also da gibt es, denke ich, durchaus noch ein paar, auf viel niederschwelligerer Ebene ein paar Probleme als das Geld. Ich meine, es ist klar, das Ganze wird sehr, sehr teuer werden und ob das, ob zum Beispiel die Schippkarten fünf Jahre im Alltag halten beim Normalbürger, ob die fünf Jahre halten bei Rettungssanitätern oder Notärzten, die, sagen wir mal, bei ihrer Handlungsweise in der Regel die Intaktheit ihrer Geräte der Schnelligkeit unterordnen, wenn es nötig ist. Da bin ich einfach mal sehr gespannt auf die Praxiserfahrung. Hier vielleicht nochmal auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass innerhalb der Gematik die Kostenträger im Augenblick auf dem Trip sind, eigentlich die Gesundheitskarte nur noch so als Schlüsselkarte darzustellen und nicht mehr als Träger der Informationen. Man will also dazu hinkommen, dass sämtliche Informationen zentral, also auf Servern, verteilten Servern, deponiert werden. Was ja noch eine Steigerung letztendlich des Gefahrenpotenzials dann darstellen wird, auch des Missbrauchs. Nein, es ist keine Steigerung, weil das war, das wurde zwar in der Öffentlichkeit immer wieder anders erzählt, aber das war noch nie eine realistische Option in nennenswertem Umfang Daten, auf die elektronische Gesundheitskarte zu packen. Die größten Signaturkarten von den Anbietern, die da in Frage oder die, sagen wir, mitspielen, sind 70 Kilobyte groß. Und die sind nicht geplant, sondern geplant sind welche mit 32 Kilobyte Speicher. Und da kriegen Sie noch nicht mal einen Arztbrief drauf, geschweige denn ein Röntgenbild oder sonst irgendwas. Und die einzelnen Fächer sind ja beschrieben letztendlich, was dort gespeichert wird. Also es sollen auch diese Daten noch unter von der Gesundheitskarte und zentral gesteuert werden. Und die Einsparungen bei den Medikamenten verspricht man sich vor allen Dingen dadurch, dass die Unverträglichkeit gecheckt wird und dadurch sekundär Kosten bei Krankenhäusern, bei Krankenhausbehandlungen und Ähnliches dann herausgerechnet werden oder herauskommen soll. Übrigens, gebe ich Ihnen da recht, gibt es keine Nutzen-Kosten-Analysen bis auf drei, die mir bekannt sind. Eine von Debold und Lux, die aber nur das elektronische Rezept betrachten. Dann gibt es eine weitere von Professor Wasem. Die ist relativ neu, sollten Sie sich vielleicht nochmal angucken. Die unter verschiedenen Kriterien das Ganze beleuchten, was aber alle gemeinsam haben, ist, dass keine sektorbezogenen Betrachtungen dargestellt werden, sondern immer nur die Allgemeinheit gesehen wird. Ich spreche hier für 60.000 Zahnärzte, bei denen rechnet sich diese Karte grundsätzlich nicht. Weil weder das elektronische Rezept, noch der elektronische Arztbrief, noch irgendetwas anderes überhaupt einen Sinn macht. Also da wirft man schon mal 60.000 Karten letztendlich weg und die ganze Hardware drumherum, die man aufbauen muss, ich gebe dem auch sicherlich recht, dass das irgendwo um die 6.000 bis 7.000 Euro ausmachen geht. Hallo, was Sie eben ansprach, da meinten Sie, glaube ich, die E-Rezepte, ob die E-Rezepte auf einem Server abgespeichert werden sollen oder auf der Karte. Und in der derzeitigen Testphase, der Gematik, gibt ja die Pilot-Testphase jetzt Anfang des Jahres und da werden beide Varianten zuerst getestet. Und da haben die Krankenkassen die Position eingenommen, dass E-Rezepte auf Servern zu speichern sind, weil die Karte jetzt eh schon voll ist. Also derzeit ist man ja bei 36K, was auf die Karte muss und dass über die 32K-Grenze hinaus geht, schon teurer ist. Und da wäre es halt sinnvoll, die E-Rezepte auf dem Server noch zu speichern. Und deswegen ist das die Diskussion, E-Rezepte auf Karte oder speichern. Also ich persönlich würde es ja noch nicht mal für so kritisch halten, wenn Daten tatsächlich auf zentralen Servern liegen. Der entscheidende Punkt ist nur, dass sichergestellt ist, dass es A, nicht über Pseudonyme oder zumindest wenn über Pseudonyme, dann nur über sehr, sehr starke Pseudonyme geht und die Daten dort eben auch wirklich in einer Weise verschlüsselt sind, dass sie nur dem Patienten zugänglich sind und man muss sich dann für gewisse Notfall-Szenarien noch was überlegen. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, indem man die Zugriffsmöglichkeit über ein Mehr-Parteien-Kontrollsystem macht. Also keine politischen Parteien, sondern einfach mehrere Rollen, die zustimmen müssen, ehe Daten ohne Patienten mit Hilfe zugänglich gemacht werden können. Und das kann man entsprechend ja protokollieren und auch in einem automatisierten Prozess mit veröffentlichen. Also das könnte man technisch und dann eben auch entsprechende Patientenvertreter, öffentliche Institutionen in diese Rollen mit reinnehmen. Aber der entscheidende Punkt ist, es darf keinen Nachschlüssel, keinen zentralen bei einer einzigen Instanz geben und auf gar keinen Fall dürfen die Sachen irgendwo in einem Backend-System unverschlüsselt liegen. Ja, ich habe nur eine Frage jetzt abgesehen vom technischen Laufen eigentlich schon verfassungsrechtliche Untersuchungen diesbezüglich, weil ich meine letztendlich, wenn die Karte eingeführt wird, dann habe ich ja als Patient nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ein anderer Arzt zum Beispiel darf jetzt meine Krankenakte nicht sehen. Also er darf nur isoliert das sehen, was ich möchte. Ich meine, es verstoßt ja eklatant gegen Grundrechte. Doch, doch, die Möglichkeit sollen Sie haben. Dann kaufen Sie sich erstmal schon mal so eine Signatur-Flatrate, das ist Ihnen Ihre Sicherheit bestimmt wert. Und dann können Sie das vorher regeln, dass ein bestimmter Arzt nicht zugreifen kann. Also ich stelle mir das etwas so vor, Sie liegen unter einem LKW und es wird Ihnen jetzt klar, dass Sie in ein Krankenhaus eingeliefert wird. Und dann nehmen Sie also Ihre E-Card raus, robben zur nächsten öffentlichen Kiosk und sperren da dann die Daten, von denen Sie halt wollen, dass jetzt der spezielle Arzt, der Sie da behandeln wird, den Sie zwar noch nicht kennen, nicht zugreifen darf. Man kann das auch ein bisschen undramatischer formulieren. Also ich muss nicht unter dem LKW liegen. Das Problem habe ich doch ganz normal. Also wenn ich zum Arzt gehe und diesem Arzt als ersten Vertrauensbeweis meiner Not liefer, ich sage dir nicht, was sonst so mit mir los ist, ich will deine Meinung hören. Dann sagt der Mädchen, bleib daheim. Entweder willst du, dass ich dich behandle, dann rück auch die Daten raus oder lass es bleiben. Also was genau, wie steht es um die Freiheit? Das Problem ist doch, das ist eine Pseudofreiheit. Du hast die Freiheit nominal, wenn du sie gegen Geld dir kaufst, aber faktisch in der Situation Patient, Arzt, nicht unter dem LKW, ganz normal, ich warte meine üblichen zwei Wartestunden, sitze die ab, gehe rein und sage und sie kriegen meine Daten nicht. Ja, also die Situation ist psychologisch, ist faktisch in einer Arzt-Patienten-Situation eine einzige Scheiße, um es kurz zu fassen. Da ist es nicht viel her mit der Freiheit. Und insofern, wenn ich diese Freiheit mir dann auch noch separat kaufen muss, ist das Ganze sowieso ein Witz. Also das heißt, sie ist schon mal strukturell gar nicht eingeplant. Wenn ich sie aber nutze, wenn das strukturell eingeplant wäre, dass ich sie nutze und alle Patienten diese Freiheit nutzen würden, wie steht es dann um die Einsparungen, die hier geplant sind, dann sind wir so etwa bei null. Ja, ich hätte auch noch mal eine weitere Frage, und zwar, nehmen wir mal das Beispiel mit diesem LKW her. Ja, da kommt ein Notarzt und nehmen wir an, ich gebe ihm die Genehmigung, dass er auf meine Daten zugreifen darf. Jetzt habe ich aber normalerweise als Patient ja nicht unbedingt, kann ich meinen Wertegang bestimmen, dass dieser Arzt mich auch die ganze Zeit über behandeln wird. Denn normalerweise ist es ja so, dass ich von einem Arzt zum nächsten geschickt werde. Und das auch innerhalb eines Krankenhauses. Das heißt, wenn man im Krankenhaus lag, wird man durchaus feststellen, dass einem während des Krankenhausaufenthalts einem mindestens zwei bis drei Ärzte begegnen werden. Wird diese Genehmigung stillschweigend dann auf die anderen Ärzte übertragen, oder wie ist das dann vorgesehen? Die wird der folgmäßig angenommen. Ja, also alleine schon dadurch, dass man sich in die Behandlung begibt, wird als Default angenommen, dass man in die Datenpreisgabe einwilligt. Das heißt, ich genehmige am Endeffekt mittlerweile einem Krankenhaus die Einsicht und nicht mehr einer Person. Also so ist mein Verständnis dessen, was ich bisher gelesen habe. Ich kann nicht alles lesen, das ist nicht möglich. Und es ist auch ganz schön anstrengend, durch diese Logik Sondermülldeponien durchzuwarten. Ja, ich habe noch eine Frage zum Ist-Zustand, weil das ist ja immer jetzt so eine Zukunftsvision. Gibt es da irgendwo eine Übersicht, wo ich sehen kann, wer zurzeit mit wem schon Datenpooling betreibt. Zum Beispiel der Apotheker, der auch Daten wiederum weitergibt. Mein Arzt hat mir halt von Sachen erzählt, wo er was weitergeben kann. Mir wurde vor jetzt einem Vierteljahr was zum Unterschreiben erst mal hingelegt, wo dann im externen Dienstleister alle meine Daten sozusagen zur Verfügung gestellt werden, wenn ich es unterschrieben hätte. Gibt es darüber irgendwo so eine zusammenfassende... Also nicht bei mir. Ich weiß, dass da einige Dinge laufen. Interessant in Deutschland ist zu diesem Thema das Stichwort DMP. Ja, also da passiert sehr viel in diese Richtung. Da wollen im Moment alle dran. Also ich habe auch schon Leute gehört, die sagten mir, ein vollständiger Gesundheitsdatensatz. Aber das kann ich jetzt nicht wieder hart belegen, sondern das sind einfach Meinungen von Leuten, die ich wiedergebe. Die sagen, ein vollständiger Gesundheitsdatensatz kann durchaus jenseits der 1.000 Euro wert sein. Und dann mal multiplizieren und dann freuen. Also ich möchte hierzu gerne eine Antwort geben, obwohl ich etwas anderes sagen wollte. Die DMP-Datensätze bringen pro Patient den Kassen zurzeit 5.300 Euro, Einmalzahlung. Der Arzt bekommt 100 Euro. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Kassen wie der Teufel hinter der Seele hinter diesen DMP-Datensätzen her sind. Beziehungsweise sie wollen DMP-Patienten in ihren versicherten Kreis aufnehmen. Das Zweite, was vorher sehr wichtig war, möchte ich auch noch beantworten. Die grundsätzliche Genehmigung und das Einverständnis des Patienten, dass die Daten verarbeitet werden, wird gleich am Anfang eingeholt, weil der Patient muss eine mehrseitige Erklärung unterschreiben. Und es wird auf der Karte unwiderruflich vermerkt, dass dieser Patient einverstanden ist, dass die Daten weiter verarbeitet werden und eben auch diversen anderen Stellen tatsächlich zur Einsicht gebracht werden. Auch das ist in der letzten Durchführungsverordnung drin. Etwas anderes möchte ich noch ergänzen. Das heißt, leider habe ich ja so eher schlechte Botschaften. Ich beschäftige mich die ganze Zeit mit diesen ganzen Themen. Wir werden nach dem neuesten Stand die Ausgabe der Heilberufausweise in Deutschland nicht mehr in einer Befugnis der Ärztekammern oder des Bundesministeriums für Gesundheit haben, sondern das geht also voll über in die Befugnis der Länder. Und die Länder haben jetzt nach den neuesten Gesetzen, ich muss dazu sagen, leider dieses Gesetz ist auch von Herrn Köhler, dem Bundesministerium bereits unterschrieben, haben die Länder jetzt eine neue Befugnis bekommen, dass sie selber mit den zuständigen Ämtern und Behörden definieren, welche Berufsgruppen künftig in die Datensätze Einsicht nehmen dürfen. Das bedeutet, wir kommen jetzt schrittweise eins nach dem anderen in eine Situation hinein, die natürlich vorher überhaupt nie jemand wusste, kannte oder auch nur wollte. Und in der Zwischenzeit ist es so, dass wir nicht nur ca. 180.000 Heilberufsausweise bekommen werden, das was ja hier vorhin erwähnt wurde, die natürlich immer als Heilberufsausweisinhaber Einsicht nehmen dürfen, sondern nach dem jetzigen Stand werden es 1,3 Millionen sein. Das ist auch bereits beschlossen worden von den Ländern, weil Arzthelferinnen eine ganze Serie von damit zusammenhängenden Berufsbildern werden auch diese Karten bekommen. Und man muss sich mal überlegen, was sich also hier für Abgründe öffnen, wie viele Leute im Grunde genommen in Zukunft dann in der Lage sein werden, eigentlich in diese ganzen Akten einzusehen. Das sind ja nicht nur immer ganz spezifische, alleinige Patientenakten, die können sich ja alles angucken. Und jetzt habe ich leider noch, bitte Entschuldigung, dass das so lange ist, was ich erzähle. Ich habe eigentlich das Schlimmste noch zu erzählen, was hier zu berichten ist. Also ich bin ständig hier zwischen Deutschland und Österreich unterwegs in dieser ganzen Angelegenheit. Und es passiert ja etwas anderes, wenn wir alle als Patienten in Zukunft nicht wissen, was und welche Informationen gibt der Arzt, ob freiwillig oder erzwungen oder im Zuge irgendeines DMP-Programmes herbeigeführt, welche Daten gibt der Arzt weiter über mich persönlich, dann passiert ja so eine grundlegende Zerstörung jedes Vertrauens im Patienten- und Arztverhältnis umgekehrt. Die Ärzte sind an die Schweigepflicht dann nicht mehr gebunden. Wie das strafrechtlich geht, weiß ich heute auch noch nicht. Aber die Ärzte geben Informationen weiter. Und wenn ich heute als Patient teilweise mit auch sozial schwierigen Krankheiten sage, die gibt es ja, werde ich doch meinem Arzt nicht mehr erzählen, was eigentlich mit mir los ist, wenn ich fürchten muss, dass der Arzt im Grunde ohne meine Kenntnis Informationen an Dritte weitergibt. An Dritte weitergibt, was schon passiert ist, mein Herr Maas hat das vorhin gut zitiert auch, stellen Sie sich vor mit den Banken. Die Banken sind ungeheuer scharf auf diese ganzen Informationen, weil sie in Zukunft dann die Darlehensgewährung an Kreditnehmer eigentlich auch davon abhängig machen wollen, wie ist denn eigentlich deren Arbeitsverhältnis, wie ist denn die Situation in Zukunft, wie können die denn langfristig Einkommen erzielen, damit die Bank dann ihr Geld wieder zurückbekommt. Das heißt, es tun sich hier tatsächlich Szenarien auf, die real sind, die genau dieses Bild nämlich kennzeichnen, das vorhin gesagt wurde, dass der Roman 1984 steht in der Kinderbuchreihe. Es passieren hier Dinge mit uns, stillschweigend, wobei ich dazu sagen muss, es gibt ein Muster, es gibt ein Muster bei den strategischen Entscheidern im Gesundheitsministerium, dass das alles geplant ist. Das ist ein Schritt nach dem anderen. Ich bitte um den Judi nochmal, dass das so lang war. Ich habe nochmal eine Frage zu unserem Lkw-Unfall. Mal angenommen, die Person ist nicht ansprechbar, ist der Notfalldatensatz unverschlüsselt zuzugreifen, also ohne PIN hier hinten? Oder ist dieser Datensatz auch durch den PIN geschützt? Also er ist nicht durch die PIN geschützt. Es werden noch zwei Sachen diskutiert, nämlich, dass er offen von jedermann zugreifbar ist oder dass man einen Heilberuflerausweis dafür braucht. Wobei es in den Heilberuflerausweisen dann durchaus wieder Rollenkonzepte geben könnte. Also zum Beispiel nur Ärzte dürfen darauf zugreifen. Aber wir kriegen an dieser Stelle, das habe ich eben ja schon mal kurz erläutert, aber ich weiß, der Vortrag war sehr lange und hat die Aufmerksamfähigkeit sicherlich strapaziert. Wir haben natürlich da das klassische Zielproblem. Entweder ich will möglichst viel Vertraulichkeit, dann muss ich den Zugriff stark eingrenzen. Dann habe ich aber bei diesem Datum, wo Verfügbarkeit so wichtig ist, eben die Verfügbarkeitsdimension verletzt. Es gibt einfach keine gute Lösung dafür an dieser Stelle. Das ist das Kernproblem, wenn man in diesen Bereich geht. Noch eine Frage. Was ist, wenn die Karte defekt ist? In Österreich ist zum Beispiel im Moment noch so, dass die Nummer einfach draufsteht, meine Versicherungsnummer, und ich dann trotzdem abgerechnet werden kann im Offline-Verfahren. Das ist die Frage eins. Das andere zum Gesundheitsministerium noch. Es gibt dort Aussagen auf die Frage, wie möchten Sie, dass die Leute mitarbeiten? Das wird über Anreizprogramme gemacht. Das bedeutet, sie werden die Gebühr erlassen bekommen für die Karte für die ersten zwei, drei Jahre. Und dann, wenn alle oder genügend Leute mitmachen, wird die Gebühr wieder eingeführt. Das ist eine offizielle Aussage von einem Staatsminister, wie heißen die? Staatssekretär. Staatssekretär. Bei den Fraunhofer-Veranstaltungen. Also, du meintest in deinem Vortrag, du hättest ein paar Antidepressiva. Ich muss von mir persönlich sprechen, bei mir haben die nicht wirklich gewirkt. Es ist echt erschreckend, wie viele Szenarien es gibt, die unsere Demokratie hier in Deutschland gefährden. Und ich möchte dir persönlich danken, dass du über dein finanzielles Interesse hinaus dich mit dem Thema befasst. Und wir bräuchten viel mehr Leute wie dich, die einfach sowas mal in die Hand nehmen, weil sonst sehe ich echt schwarz für unser Land. Also, ich danke, aber hier sind einige Leute und ich denke, wenn wir uns über Dinge wie Verbindungsdatenaufzeichnung aufregen, hier haben wir etwas, das ist noch um Größenordnungen brisanter und das andere ist uns unmittelbar zugänglicher, weil wir natürlich täglich kommunizieren, aber das hier ist viel, viel brisanter und wir müssen dann vielleicht an irgendeiner Stelle den Kampf sein lassen, um ihn an diesen Stellen zu fechten, wo es wirklich drauf ankommt. Also, ich hatte eigentlich eine andere Schlussfolie geplant. Ich habe sie bleiben lassen, um sozusagen das Anliegen und die Seriosität der Unterlagen, wenn sie breiter weiter verteilt werden, nicht zu schädigen. Aber ich halte das hier wirklich für eine äußerst kritische Situation. Nur eine kurze Nachfrage. Ich habe noch, mir ist nicht ganz klar geworden, die Rolle der Ärzte haben, die zum Beispiel die Möglichkeit, mir als Patienten ihr Vertrauen zu geben, indem sie nämlich hergehen und sagen, bei mir werden sie nicht gefragt nach ihren Daten. Also, sie nutzen die EC-Karte, ist gut, ja, die Gesundheitskarte, so wie bisher, um meine Adresse zu erfahren, zu wissen, welcher Kasse ich angehöre und sie werden gar nicht mich fragen, welche Daten auf dem Server noch liegen. Nein, das werden sie nicht können, weil wenn sie irgendwas übersehen haben, was auf dem Server liegt, haben sie sich eines Kunstfehlers schuldig gemacht. Ja, noch eine ganz kurze Frage. Da war ja mal was von 1. Januar 2006 die Rede. Das ist ja offensichtlich nicht machbar. Wann ist denn so die wirkliche Einführung dann geplant? Weiß keiner, oder? Genau. Ich hatte auch noch mal eine Frage, und zwar war ja angesprochen worden, dass diese elektronische Gesundheitskarte ja auch vielleicht bei Online-Banking und so weiter eingesetzt wird. Da frage ich mich, das heißt, es gibt dann also auch noch die Möglichkeit für Bankautomaten in dem Sinne auch Einsicht zu bekommen, oder ist das dann ein extra Bereich auf der Karte, der dann abgesichert wird, beziehungsweise wie wird das dann realisiert, wenn jetzt schon mit 32K irgendwie ein Problem existiert? Ist es dann auch nach diesen vier Jahren oder fünf Jahren angesetzt, also im zweiten Rollout, dass es dann auf einmal größere Karten gibt? Oder wie ist da irgendetwas über die Trennung zu erfahren? Also es gibt auf dieser Karte verschiedene Datenfächer, also im Prinzip verschiedene Dateien. Und auf diese Dateien gibt es verschiedene Zugriffsrechte. Und man könnte sich natürlich vorstellen, dass die Banken nur die Signierfähigkeit nutzen, aber die Institutskarten der Banken keine Rolle haben, die ihnen Zugriff, Durchgriff auf die sogenannten Fächer erlauben würden. Das könnte man sich vorstellen, aber ich weiß es auch nicht genau. Das ist jetzt sozusagen die optimistische Hoffnung, wie man sowas machen könnte, wenn es denn unvermeidlich ist. Ja, ich wollte noch mal kurz beantworten die Frage, wie die Ärzte das Thema eigentlich sehen. Man darf ja nicht vergessen, dass den Ärzten sehr viel abverlangt wird hier. Wir sprachen vorhin vom Patienten Geheimnis, was ein großes Problem ist. In der Zwischenzeit ist aber deutlich geworden, dass diese ganze Telematik oder auch das E-Rezept oder alles, was dahinter hängt, vor allem auch ein Instrument sein soll, um die Ärzte in ihrem Verschreibungsverhalten bei Medikamenten zu kontrollieren, um auch den Kassen endlich mal Einsicht zu geben in die Patientendaten. Denn das darf man ja immer nicht vergessen, dass zurzeit ja die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland keine Einsichtnahme in Patientendaten haben. Insofern war auch vorhin dieser Hinweis sehr wichtig, dass die Kassen eigentlich versuchen, Patienten, die sehr teuer sind, rauszueklen. Aber jetzt komme ich auf den Kern zurück. Ich vertrete also eine sehr große Gruppe von Ärzten. Wir sind sehr aktiv in all diesen Dingen tätig. Und ich kann Ihnen versichern, dass die Ärzteschaft in Deutschland in einem enorm wachsenden Ausmaß ganz strikt gegen diese Gesundheitskarte ist, sofern sie missbraucht wird im Sinne als Kontrollinstrument oder Steuerungsinstrument, das eigentlich unserer Bevölkerung und den Patienten nicht gut tut. Ganz im Gegenteil. Das bedeutet, die Kernaussage ist, diese ganze Gesundheitskarte wird ja nur funktionieren, wenn die Ärzte mitmachen und wenn die Patienten mitmachen. Und zurzeit sind wir also auf der Ärzteseite so weit, dass wir ganz massiv jetzt Missstände aufdecken, dass wir Entwicklungen aufdecken, die strategisch geplant worden sind mit dieser Gesundheitskarte, die einem wirklich die Haare zu Berge stehen lassen. Und jetzt mein Schlusssatz zu dem Thema, was ich als ein phänomenales Ergebnis sehen würde, auch der Veranstaltung hier, wenn wir eigentlich gemeinsam als Experten, bitte entschuldigen, wenn ich mich auch jetzt hier als Experte von der medizinischen Seite bezeichne, wenn wir als Experten hier mit den hier anwesenden Profis im IT-Thema, im ganzen Computer- und Software-Thema, wenn wir Arbeitsgruppen bilden und zusammenarbeiten, eigentlich um eine optimale Lösung zu finden. Man darf bitte nicht annehmen, dass die Ärzte gegen die Elektronik wären, im Gegenteil, es wäre ein wunderbares Hilfsmittel, aber wir sind der Meinung, dass dieses ganze Thema zurzeit von einigen Strategen, insbesondere auch bei den Kassen, nicht so genutzt wird, wie es die Bevölkerung eigentlich möchte. Ich fand, das war ein wunderschönes Schlusswort. Wir müssen jetzt langsam auch den Saal räumen für den weiteren geordneten Ablauf der Veranstaltung. Die anderen Leute haben ja auch noch sehr spannende Themen. Es wäre wirklich meine dringende Bitte, wir müssen da in größeren Gruppen zusammenarbeiten und es wäre mein Vorschlag, ich stehe jetzt zumindest zur Verfügung, hinter diesem Ausgang können wir eine Bird of Feathers Session machen. Und danke für eure Aufmerksamkeit, die in den fast drei Stunden sicherlich arg strapaziert wurden.